Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Böll Stiftung, Sie sehen, wir sind jetzt vollständig, freuen uns sehr in diese letzte intensive Runde bei unserer Tagung über grüne Erzählung zum öffentlichen Raum. Für wen, Kulturroundtable, für wen, von wem. Wir kommen gerade, das auch nochmal für diejenigen, die jetzt gerade angekommen sind, aus anregenden Debatten über den öffentlichen Raum, die Sie geführt haben, die Sie mit den Podianten geführt haben, wie kann er gestaltet werden, wie kann er gesichert werden, wem gehört er, wie viel wird in ihn investiert oder müsste investiert werden und das alles eigentlich nicht zum Selbstzweck, sondern für etwas, das ich jetzt vielleicht mal etwas pathetisch sagen würde, für das, was eine Gesellschaft lebenswert macht, dass die Freien und Gleichen in Würde leben können. Das klingt jetzt etwas hochgestochen, aber im Grunde genommen ist das doch das Ziel unserer Überlegungen auch zum öffentlichen Raum. Die Erfahrung lehrt und das war auch Gegenstand der Runden, dass öffentlicher Raum erstritten werden muss, erkämpft werden muss und dass er besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Es lief vor im Frühjahr ein Film, Green Book, ich weiß nicht, wer von Ihnen den gesehen hat, da geht es um einen schwarzen Pianisten in den 60er Jahren, das ist eine wahre Geschichte, der eine Konzertreise, der in Moskau studiert hat, sonst hätte er gar nicht Pianist werden können, eine Konzertreise macht in den Süden der USA und wahnsinnig viel Rassismus natürlich erlebt und es endet damit, dass er aus dem Restaurant, in dem er vor den Leuten spielen soll, vom Essen ausgeschlossen wird und sich dann entschließt zu gehen und den Konzertveranstalter quasi stehen zu lassen, dieses Konzert nicht zu geben, geht stattdessen in eine Kneipe und in dieser Kneipe sind Leute, die quasi immer noch Sklaven waren, obwohl sie natürlich nicht mehr so hießen, es findet eine Begegnung statt, er kennt diese Art von Leuten, die ihm zwar äußerlich ähnlicher sind als die anderen, aber er kennt sie eigentlich nicht, weil er begegnet ihnen nie und allein das macht sozusagen die Szene oder macht diese Kneipe, die ohnehin ein öffentlicher Raum ist, zu einem noch mehr öffentlichen Raum und dann setzt er sich ans Piano und spielt Schumann und das ist ein Punkt der Zugänglichkeit. Plötzlich wird Menschen diese Musik zugänglich, die sie niemals hören könnten, weil sie einfach keinen Zugang zu den Räumen haben, wo die normalerweise gespielt wird und der Film macht zugleich das staatliche Versagen, das politische Versagen deutlich, dass die regulativen Strategien des Staates eher dazu dienen, Menschen zu exkludieren und öffentliche Räume abzuschaffen, anstatt sie zu ermöglichen und damit sind wir eigentlich bei den drei Themen und Thesen, die wir heute jetzt hier besprechen wollen. Was ist ein öffentlicher Raum? Wir haben im kulturellen Sinne, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ein öffentlicher Raum etwas ist, wo Menschen sich begegnen, der zugänglich ist und wo der Staat die Aufgabe hat, ihn in irgendeiner Weise zu garantieren oder zur Verfügung zu stellen. Die EU-Bürgerinnen und Bürger sehen Kultur als eines, einen der wichtigsten Faktoren, wenn es um die Fragen von gesellschaftlichen Zusammenhalt geht und in Zeiten von wachsendem Populismus, von polarisierter Gesellschaften, Ungleichheit, aber auch steigender Diversität, stellt sich ja umso mehr die Frage, was stärkt denn eigentlich diese Räume der Begegnung und wie sind sie zugänglich und was stellen wir uns eigentlich darunter vor. Kultur, die in ihrem Selbstverständnis offen ist, die nicht identitär ist, die divers ist, kann inklusiv wirken. Sie findet Ausdrucksformen und das ist das Besondere an Kultur, die uns voranbringen und die dazu beitragen, dass wir das werden, was wir sein könnten oder immerhin mal eine Vision davon, ein Bild davon entwickeln, wie könnte es eigentlich sein. Gegenseitiges Verständnis kann Kultur schaffen und etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, Gefühle der Zugehörigkeit fördern und das finde ich ein Schlüsselthema in einer hoch emotionalisierten Debatte. Kultur kann viel, aber Kultureinrichtungen sind auch unter Druck. Demografischer Wandel ist zu nennen, das Stadt-Land-Gefälle ist zu nennen, in den urbanen Regionen auf der einen Seite Raumnot in mehrfacher Dimension, Mietpreisdruck für vor allem für nicht so etablierte Kulturformen und Kulturräume und im ländlichen Raum genau umgedreht. Landflucht führt dazu, dass weniger Menschen da sind, die Qualität sinkt, die Finanzierung sinkt, die Auswahl schlecht ist und was als erstes geschlossen wird, sind in der Regel die Kultureinrichtungen. Manche erinnern sich vielleicht an die Kulturpolitik in Sachsen-Anhalt vor, ja wann war das, vielleicht so vor fünf Jahren. Zunehmende Heterogenität stellt Zugänglichkeit, stellt sehr grundsätzliche Herausforderungen an Zugänglichkeit. Für wen eigentlich? Anpassung an den digitalen Wandel ist als letztes sicherlich auch noch zu nennen, es gab ja dazu auch eine Arbeitsgruppe gerade, kostet dann Geld, das nicht da ist, beziehungsweise mit Bodelschwing gesagt, das Geld ist zwar da, aber es ist nicht hier, also nicht hier im Kulturbetrieb, wo es eigentlich sein müsste und zugleich schafft die digitale Welt Konkurrenz, die auf eine ganz hybride Art Öffentlichkeit schafft, die stark durchkommerzialisiert ist, darüber können wir ins Gespräch kommen, aber zugleich erleben wir auch eine Renaissance von Kulturpolitik. Wir erleben, dass Kultur zum Austragungsort politischer Konflikte geworden ist. Rechtspopulistische Strömungen versuchen ethnozentrische, kleingeistige Leitkulturen zu etablieren und im politischen Raum Druck auszuüben, dass das umgesetzt wird. Sie attackieren den in Anführungszeichen und von ihnen so diffamierten, versifften Kulturbetrieb und niemand, glaube ich, der oder die in Kulturbetrieb tätig ist, kann sich dieser Hasskultur, die auch etabliert ist, entziehen. In anderen Ländern, dass dieser Blick sei noch genehmigt wie Polen, greifen rechtsnationale Regierungen tatsächlich in die Kunstfreiheit ein, missliebige Museumsdirektoren werden ausgetauscht, Gelder gekürzt und so weiter. Renaissance der Kulturpolitik heißt aber auch, dass der Widerstand dagegen wächst, dass Kulturpolitikerinnen und Politiker sichtbarer werden, als sie das vielleicht in anderen Zeiten waren, dass sie sich darum bemühen, Räume offen zu halten und natürlich bedeutet es auch, dass Künstlerinnen und Künstler selber ihre Aufgabe in dieser politischen Auseinandersetzung in einer Weise wahrnehmen, wie das, glaube ich, schon sehr lange nicht mehr der Fall war und sich dem Versuch der Einengung von Öffentlichkeit auch wirklich selbst zur Wehr setzen. Wir wollen über das alles reden mit vier ausgewiesenen Expertinnen und Experten für Kultur. Jede und jeder von ihnen leitet eine Kulturinstitution. Das ist ja auch noch mal etwas anderes, beziehungsweise Herr Mohr ist seine eigene Kulturinstitution. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Das ist sozusagen das Besondere, aber faktisch davon ganz abgesehen ist er hier natürlich auch in der Doppelrolle als jemand, der sein Publikum sozusagen technisch vermittelt anspricht und damit unglaubliche Menschenmengen erreicht im Vergleich zum Theater. Katrin Röckler hat mich zu Recht darauf hingewiesen, dass kulturelle Räume natürlich sehr, sehr weit sind, dass man auch das natürlich weit über Theater, Hörspiele, Filme, es hinausgeht. Auch Sport ist ein ästhetischer Raum, ein kultureller Raum, vieles andere. Kirchen sind kulturelle Räume, gehören dazu. Es geht um Kunst, es geht um künstlerische Bildung und es geht um Geschichtskultur. Auch das ist ein Teil der Kultur. Aber wie gesagt, wir wollen uns, wir wollen das alles nicht ausschließen, aber wir konzentrieren uns natürlich auf die Perspektiven, die Sie hier auf den Tisch legen. Ich stelle Sie jetzt nicht mit Geburtsdatum und Studienort und so weiter und Note im Abitur vor, sondern das ist alles für Sie ja in den kleinen roten Heften. Ich habe gelesen, Frau Röckler, genaue Stimmenlauscherin, kulturtheoretisch hochbewaffnete Angstforscherin. Das alles können wir wirklich sehr gut gebrauchen. Sie bewegen sich auf der Grenze zwischen Kunst, Mediologie und Politik und Sie sind an der Akademie die Nachfolgerin oder von Klaus Steck? Ist das die Nachfolge direkt oder Sie sind Vize? Ich bin Vizepräsidentin. Genau. Und was machen Sie anders als Klaus Steck? Was wir anders machen? Mein Mikro erst mal laut machen. Ja, genau. Ich habe darüber also nicht so groß nachgedacht. Er hat einfach seinen eigenen Stil gehabt und seine, aber ich würde sagen, kulturpolitisch sind wir da eher in der Kontinuität zu sehen, gar nicht so sehr, dass wir, wir sind vielleicht, was ein großer Unterschied ist, dass wir versuchen, wir sind ja so eine Doppelspitze mit Janinmeerapfel, dass wir versuchen, vielleicht noch mal ein bisschen partnerschaftlicher das anzugehen. Also dieses Modell, dass man eben nicht alleine Chef ist, sondern miteinander im Gespräch etwas löst, ist vielleicht ein bisschen stärker. Das ist sicher das Unterschied sehen, aber ja, also sonst machen wir da weiter an vielen Fragen, die er auch zum Beispiel ein Projekt, das er initiiert hat, was sagen, was uns sehr wichtig ist, sind die Kunstwelten. Das ist ein Vermittlungsprogramm, wo wir ganz bewusst aus Berlin rausgehen und nach Köthen, nach Bitterfeld, nach Anklam, nach Chemnitz Programme machen, aber auch hier in Flüchtlingsunterkünften arbeiten mit Künstlern, die wir dafür holen, beziehungsweise, ja, das ist... Auf die Frage kommen wir auf jeden Fall zurück, der Zugänglichkeit, für wen eigentlich? Frau Langhoff, wenn ich Sie jetzt vorstelle und sage, ich begrüße Schermin Langhoff, die Intendantin des Deutschen Theaters, würden Sie mir dann widersprechen? Ja, das bin ich einfach nicht, deswegen würde ich Ihnen selbstverständlich widersprechen. Ich bin die Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters, das in dieser Republik auch nicht so gern gehört wird, weil es eines der wenigen Dinge ist, die uns von den Russen, die uns befreit haben, geblieben ist, aber gerne auch überschrieben werden würde, so wie wir uns Schlösser bauen, um anderes zu überschreiben. Also die Revision findet ja an allen Orten statt und nicht nur bei den ganz Rechtsradikalen. Genau, mein Hinweis war natürlich darauf, der darauf, dass Sie sagen, ich will nicht in der postmigrantischen Kuschelecke sein, sondern das, was wir machen, ist deutsches Theater. Aber das ist ja ein Unterschied. Also Sie sprechen gerade von einer Institution in der Stadt, die von einem ehrenwerten Kollegen geführt wird, die gegenüber ist, Ulrich Kuhn. Er hat seinen Vertrag verlängert. Der Kultursenator fand, dass er seine Arbeit so gut gemacht hat in den letzten zehn Jahren, dass er das weitermachen sollte. Insofern finde ich, sollte das nicht unser Gesprächsgegenstand sein. Ich schätze das Haus gegenüber sehr. Das ist auch familiengeschichtlich verbunden. Menschen, die genau wegen Faschisten, die es hier vor Jahrzehnten gab, nicht nur ihren Beruf, sondern tatsächlich zum Teil ihre Existenz lassen mussten. Insofern würde ich gar nicht auf diesen Ebenen von, das spielt vielleicht dann in Interviews eine Rolle oder so, sprechen wollen, aber vielleicht antworten damit, was wir als Maxim-Gorki-Theater in der Situation, die Sie beschrieben haben, zu Recht in den Auseinandersetzungen versuchen zu tun. Zum einen genau diesen Namen zu behalten. Zum anderen, auch wenn es Grund genug gebe, natürlich, also es ist nicht so, dass wir nur Fans von Gorki sind. Wir sind Künstler, wir sind sehr dialektisch. Wir wissen sozusagen mit der Stalin-Nähe und anderem entsprechend kritisch umzugehen. Aber ich glaube, es ist wichtig sozusagen und da spielt Geschichte immer eine Rolle, wenn wir heute Geschichten erzählen. Insofern kann man das gar nicht ohne Geschichte denken, gerade wenn man erneuern und weiterdenken will. Ich würde gerne auf einen Nebensatz, den ich sehr wichtig fand, von Ihnen eingehen, wo Sie sagten, wir sollten werden, was wir werden könnten. Ich sage, wir sollten werden, was wir sind. Ich erlebe im Moment in diesem Land eine Kulturlosigkeit, die ich mir niemals vorstellen konnte. Nämlich, dass fünf bis sechs Millionen Menschen, die hier leben, zum Teil seit Jahrzehnten, in Frage gestellt werden, ob sie die Berechtigung haben, hier zu leben, hier zu sein. Das ist die Kulturlosigkeit, vor der ich mich gerade in dieser Republik sehe. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor ist. Ich habe hier vor wenigen Wochen eine Veranstaltung erlebt, die mich wahnsinnig empowert hat. Das war 30 Jahre Geburtstagsfeier für Kimberly-Crunch-Shows, Theorie der intersektionalen Gerechtigkeit. Und ich muss Ihnen sagen, wir machen sehr viel. Nicht erst am Gorki, wir haben auch am Ballhaus. Es gibt auch andere Kollegen, die einiges machen. Ich muss nur beschreiben aus meiner Perspektive, wir versuchen seit 15 Jahren neue Geschichten, die gar nicht so neu waren, aber eben in den Theatern, in den Tempeln dieser Republik nicht so vorhanden. Seit 15 Jahren versuche ich, diese Geschichten in den deutschsprachigen Kanon ins Theater einzubringen. In diesen 15 Jahren ist aber weder die doppelte Staatsbürgerschaft noch das kommunale Wahlrecht noch ein Einwanderungsgesetz, das diesen Namen verdient, in dieser Republik weder von Grün noch von Links noch von SPD noch von CDU gestaltet worden. Gut, Grün hat auch gar nicht regiert. Von daher ging das auch nicht. Das wird sich ja vielleicht ändern. 2001 waren Sie noch zusammen. Es sind gar keine Vorwürfe. Ich möchte nur sagen, ich glaube, wir sind immer wieder versucht, sozusagen über die Kultur Dinge zu lösen oder über die Kultur als Instrument zu begreifen. Deswegen ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns unseres Kontextes und unserer Geschichte bewusst sind, wenn wir über öffentlichen Raum sprechen und dass wir auch uns einmal anschauen, wer wir hier sind, wie wir hier sitzen, wie Partizipation gelingt in diesem Raum immer wieder. Deswegen habe ich dieses wunderbare Erleben vor wenigen Wochen hier geschildert. Ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt. Also an welchem Punkt stehen wir und von welchem Punkt gehen wir aus? Und den würde ich radikaler beschreiben, als Sie das tun. Das sind nicht nur ein paar Angriffe von rechts auf Theater oder dergleichen, sondern wir haben gerade tatsächlich mit dem Versuch einer Kulturrevolution, aber von einer Seite, die wir uns vielleicht nicht wünschen. Wir kommen darauf noch zurück. Ich würde jetzt gerne noch mal zu Oliver Rehse weitergehen, der seit 1718, Spielsaison 1718, Intendant des Berliner Theaters ist, vorher in Frankfurt war. Entschuldigung, des Berliner Ensembles, Entschuldigung. Und Brecht-Tradition, ganz starker Fokus auf der sozialen Thematik, also siehe Mutter Courage, spielt das, wie eignen Sie sich das an? Ist das etwas, was prävalent ist oder sagen Sie, ist es auch eine Tradition des Hauses oder ist das Soziale auch etwas, was Sie in einen Anspruch übersetzen? Absolut. Also ich denke, man sollte nicht ans Berliner Ensemble gegangen sein, wenn man damit nichts anfangen könnte. Wir spielen nicht nur Brecht, jedes Jahr in sehr unterschiedlicher Sicht von Regisseuren. Thalheimer, Frank Kastorf jetzt als nächstes Ersan Montag, der auch bei Schermin gearbeitet hat, sondern, was sagst du? Immer noch arbeiten. Ja, na klar, aber bislang schon gearbeitet hat, bei uns auch gearbeitet hat, sondern wir gestalten das Berliner Ensemble sehr viel stärker als in den zwei Jahrzehnten davor, als ein Theater mit extrem viel Gegenwart. Also zwei Drittel der Autoren, die wir spielen, leben noch zum Glück und wir haben sehr viele Stücke gemacht, entwickelt, die mit sozialen Themen zu tun haben. Jetzt gerade ein Stück über Brennpunkte in Neukölln, das heißt Amir, ein Stück über Obdachlose, die auf der Straße leben, ein Stück über den Drogenkonsum, den Benjamin von Stuckrad-Barrer an sich selber erlebt hat und pointiert hat und viele, viele andere Themen mehr. Also ja, ich finde, das Berliner Ensemble muss in der Tradition von Brecht, übrigens nicht nur von ihm, denn auch als es gegründet wurde, wurden da die Weber-Uhr aufgeführt, Stücke von der Fleißer-Uhr aufgeführt. Meiner Ansicht nach war das eigentlich im Kern immer ein Autoren- und ein politisches Theater und nicht ein Klassiker-Wohlfühlhaus. Klassiker und Wohlfühlen, Herr Mohr, sind wir beim Deutschen Fernsehen oder so? Sie sind Fernsehmoderator, Sie sind Biobauer, wie ich jetzt verstanden habe, nicht Ex-Biobauer, sondern Biobauer. Jetzt glaube ich, wenn man sich die Statistiken, die demografischen Statistiken anguckt, dann sieht man, dass die Mehrheit der Fernsehzuschauenden U60 ist und gleichzeitig ist es so, dass ein signifikanter Anteil der U60 Grüne wählt. Ist das für Sie, haben Sie das mal zusammengedacht oder ist das für Sie auch ein Problem? Als Biobauer, als jemand, der auch diese Lebensstildebatte im Fernsehen führt, darüber nachzudenken? Ich verstehe nicht mal die Frage, Entschuldigung. Haben Sie sie verstanden? Der Zusammenhang von Grünen und Kulturprogramme im Fernsehen, Jung und Alt und was soll ich dazu sagen? Gibt es eine bestimmte demografische Ausrichtung Ihrer Arbeit? Denken Sie darüber nach, wenn Sie an Ihr Publikum denken? Nein, ich denke überhaupt nicht darüber nach, wer mir zuguckt. Also wer jetzt TTT guckt oder nicht guckt, das empfehle ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen sehr stark, nicht darüber nachzudenken. Ich hasse diese Diskussion. Der Zuschauer ist hier überfordert, der Zuschauer will das, der Zuschauer will jenes. Sondern ich denke, Kulturvermittlung stimmt dann, wenn man das vermittelt, was man selber gut findet oder selber dazu stehen kann. In einer Art und Weise, die man selber gut findet, zu der man stehen kann. Das gilt für alle Kulturinstitutionen, auch für jene, die die Kultur nur abbilden, wie wir jetzt vom Fernsehen. Also wir gucken halt, was da ist. Aber wenn wir uns jetzt danach ausrichten würden, wenden wir uns als Stadt, wenden wir uns Land an Frauen, an Männer. Ich glaube auch nicht an diese ganzen Statistiken. Ich glaube auch nicht an Einschaltquoten. Deswegen gucke ich mir das tatsächlich nicht an und bin ein bisschen, Sie tun mir leid, Sie müssen Zuschauerzahlen permanent begründen. Das muss immer begründet werden, ob es auch ein Erfolg ist oder nicht. Sondern ich finde es wunderbar, dass es das öffentlich-rechtliche Fernsehen gibt, wo es diese Programme geben darf und wo man eben nicht permanent guckt. Natürlich die Herren Programmplaner schon, aber wir gucken da echt nicht drauf und ich versuche mir diese Freiheit auch wirklich zu bewahren. Also Sie lassen sich nicht von der schon vorhandenen Quotendiskussion im Fernsehen beeindrucken, sondern sagen, es ist ein öffentliches Gut und es ist ja auch diskutiert worden und es gibt durch die Entscheidung in der Schweiz ja auch den Nachweis, dass die Menschen das gut finden, dass es dieses öffentliche Gut gibt. Ja, die Menschen sind ja klüger als wir meinen. Also ich habe oft Diskussionen mit Kollegen, die dann sagen, naja, also unser Zuschauer ist ja gebildet und so. Und ich bin natürlich als Aushängeschild dieser Teamleistung. Es sind ja 60 Leute, die an diesem Programm arbeiten, allein für TTT. Jetzt denken Sie wieder, was dafür zahlen ich Gebühren? Es braucht einfach so viele, weil es relativ schwierig ist, solche Sendungen zu machen. Die sind halt in ihren Redaktionsstuben und tauschen sich untereinander aus und sitzen oft in so Gesprächsrunden wie hier, während ich halt erkannt werde, als der, der TTT macht, einfach weil ich halt dieses ähnliche Gesicht habe wie der Typ im Fernsehen. Und dann merke ich, das sind gerade nicht die Professoren, das sind gerade nicht die Galeriebetreiber, weil die sind ja viel zu wichtig, überhaupt den Fernseher noch einzuschalten. Und es ist eben auch nicht wahr, dass es Leute Ü60 sind, die mich dann ansprechen, einfach sagen, tolle Sendung oder manchmal bin ich gut gelaunt oder so, da kommen wir ins Gespräch, sondern es sind wirklich, es ist ein breiter Durchschnitt. Ich werde nie vergessen in meinen Anfängen als sogenannter Kulturmoderator, ich gehe gerade zum Theater, weil ich das nur nebenberuflich gemacht hatte und ich höre plötzlich so eine wirklich tiefe, erschütternde Stimme hinter mir, die sagt, sein Sie der Herr Mohr und ich drehe mich um und sehe so einen Schrank, so einen Bauarbeiter, so richtig wie in Brecht nicht schöner hätte schildern können, im Blaumann, so ein Bulle, man möchte mit dem nicht streiten. Und er sagt, Simon, Sie haben gestern von diesem Andy Warhol was gebracht. Und dann habe ich im Gespräch erfahren, dass er den ganzen Sleeping Man von ab, und das war spät, spät nachts und der Junge muss um sieben auf der Baustelle, der hat sich den Sleeping Man angeguckt zur Gänze und der war wahrscheinlich von allen, die Andy Warhol jemals gesehen haben, der Einzige, der es verstanden hat gesagt, ich habe nicht wegschauen können, weil es könnte ja was passieren. Sie ist aber nichts passiert. Das war genial. Und ich dachte die ganze Zeit, findet er das gut oder haut er mich gleich? Also das ist einfach nur so ein Schlüsselerlebnis. Wir müssen weg von dieser, auch die Kultur schaffen. Bitte geht weg von dieser Kategorisierung, wer ist unser Publikum und wer nicht. Ich glaube, wir liegen da alle grundsätzlich falsch. Ich weiß es auch nicht genau. Es sind einfach Menschen. Was wir machen können, sind Angebote. Und wenn die Angebote nicht angenommen werden, müssen wir uns Gedanken machen, warum? Aber das war jetzt zum Beispiel von einer gelungenen Begegnung, also mit Menschen, mit denen Sie offenbar auch nicht täglich sozusagen abends die Sendung reflektieren. Das war eine beispielhafte gelungene Begegnung, das gebe ich zu, aber die schlechten Begegnungen kann ich, ich kann keine einzige nennen, wo ich jetzt verunglimpft worden wäre, weil was brauchen wir Kultur oder was ist denn das für ein Drecksprogramm? Dazu sind die Menschen einfach hoffentlich noch lange, aber jetzt im Moment noch zu höflich. Gut, ich will nochmal so ein bisschen zurück auf unsere erste Frage. Was macht den, unsere Ausgangsfragen, was macht den kulturellen Raum zu einem öffentlichen Raum und was tun Kulturinstitutionen dafür? Wie gelingt es sozusagen die Vielfalt und die Heterogenität hineinzubringen in die kulturelle Institution, sodass sie tatsächlich den Anspruch erheben kann, eine öffentliche zu sein? Das ist jetzt eine offene Frage. Frau Langhoff, gerne. Vielleicht kann ich das verbinden mit einer kurzen Reaktion. Also auf der einen Seite bewundernswert und beneidenswert, wenn es tatsächliche Autonomie gibt. Ich glaube nicht daran, weil ich habe auch beim Fernsehen gearbeitet und es gibt eben dann doch die Redaktionen, die über Quoten Entscheidungen treffen und gegebenenfalls Kino, Kino. Das habe ich jahrelang produziert und wir waren mal eine Dreiviertelstunde, zwei Sendungen vom Festival. Man konnte genau eben auch die politischen Filme, die avantgardistischen Filme, die Nebenreihen, die jüngeren Filme besprechen und mittlerweile gibt es das überhaupt noch. Es gibt es gar nicht mehr. Es wurde eben genau über Quoten beim Bayerischen Rundfunk. Aber ich will nur beschreiben, es gibt durchaus leider Entwicklungen auch in den öffentlichen Medien, die reagieren auf den Erfolg, das funktioniert gerade, auf den Erfolg der privaten Medien und es versuchen nachzumachen, was oft nicht gelingt. Und insofern muss man glaube ich schon auch kritisch sozusagen Medienpolitik dort, wo sie getroffen wird, dort, wo Ressourcen entschieden werden, ganz klar ansagen. Es wird also immer noch zu wenig Kultur gemacht. Gut, dass eure Sendung nicht angegriffen ist, aber das sollte man nicht so stehen lassen, dass das so einfach bei euch im Film und Fernsehen ist, wo ich ursprünglich herkomme. Im Theater, trotzdem würde ich aber vollkommen mit einhergehen zu sagen, man kann nur das vermitteln, was man glaubhaft recherchiert, schreibt, entwickelt, erzählt und teilt. Und das kann auch nur der Ansatz sein, ein Theater zu machen. Also das heißt, wir sitzen auch nicht und sagen, wie kriegen wir jetzt diese und jene Bevölkerungsschicht rein. Auch nicht, was, wir haben sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund, wir sind ein Theater, das besonders jung ist im Berliner Durchschnitt etc. Aber das passiert nicht, weil wir sagen, so die wollen wir kriegen und jetzt machen wir das und das Programm, sondern das passiert, weil wir uns die Stadt anschauen, weil wir Menschen schon im Theater, Dramaturgen, Regisseure, Autorinnen haben, die was mit dieser Stadt zu tun haben, was mit diesem Land zu tun haben und seiner Diversität. Und die gestalten ein Programm, das aus ihnen, aus ihrem politischen, ästhetischen Interesse kommt. Und dann wundert man sich, da haben so viele Identifikationsmomente da draußen in der Stadt mit, dass sie kommen und in der Diversität kommen, in der sie sind. Also oft wird nämlich genau das in der Politik leider anders aufgezogen und dann wird Institutionen irgendwelche Quoten oder Statistiken vorgegeben. Darum geht es nicht. Aber es geht um eine sehr klare Förderung davon, dass nicht nur weiße deutsche Männer Theaterintendanten sind, dass nicht nur, also es geht wirklich darum, dass wir in Dramaturgien, in Intendanzen, in Redaktionen, an den Stellen, wo Entscheidungen getroffen werden, wo Ressourcen verteilt werden, eine politische Zugänge bieten und nicht nur in den Kneipen, in denen dann Schumann, den armen Schwarzen, die das bis dahin nicht hören konnten, vermittelt werden kann endlich. Das war ja in den 60ern. Trotzdem zu der Frage öffentlicher Raum. Und das, finde ich, ist eben mehr als der eigene Theaterraum. Also das heißt, wir machen mittlerweile 30 Prozent unserer Arbeit, ist nicht mehr Repertoire-Theater auf der Bühne inszenieren. Also das, was Oliver beschrieben hat, was wir natürlich auch machen, Thematiken, die die Gesellschaft betreffen, gesellschaftsrelevant sind, zu erzählen. Das ist immer noch 70 Prozent, aber 30 Prozent unserer Arbeit am Gorki ist zum einen Außenbespielung tatsächlich, was wir gerne noch mehr machen würden. Also ganz konkret, wir stehen mit 50 Berlinerinnen und haben ein Libretto des Grundgesetzes, das wir am Brandenburger Tor am 3. Oktober machen und am 24. Mai am Bundesverfassungsgericht. Wir machen einen Herbstsalon, mit dem wir in die gesamte Stadt gehen, der Eintritt frei ist. Wir machen aber nicht nur solche künstlerischen Aktionen. Wir gehen nach Bautzen und machen mit dem Sorbischen Theater und den Jugendlichen dort ein Fest zusammen. Also das heißt, wir versuchen viel rauszugehen. Okay, also der Raum sozusagen als weiterverstanden, als sozusagen das Theater, wo Leute reinkommen, sondern auch Zugang quasi auch in die andere Richtung. Genau. Und dann sind das genau solche Dinge, Exilensemble etc., wo man sozusagen über die Dinge, die man macht, Menschen auch einlädt, die sich genau interessieren, identifizieren und kommen. Und weniger eben über Statistiken und Tischgespräche. Und noch wichtig, und ein Teil unserer Arbeit bei uns, 10 Prozent, ist mittlerweile Politik. Also Politik wirklich. Also das heißt Unterschriftskampagnen, offene Briefe, Demonstrationen, die wir organisieren, natürlich in unserer Freizeit, da wir alle mehr als acht Stunden am Tag haben. Vielen Dank. Das waren ja jetzt eine ganze Menge Anknüpfungspunkte, Frau Röglag, der kulturelle Raum als öffentlicher Raum. Also ich muss vielleicht auch noch mal kurz ausholen und etwas über die Akademie der Künste erzählen, weil das wahrscheinlich hier im Raum gar nicht so bekannt ist. Die Akademie der Künste ist selber nämlich eine Art Modell eines öffentlichen Raums. Wir sind eine Institution mit 400 Mitgliedern, die gemeinsam diskutieren, aushandeln, was an Programm, an Engagement, an kulturpolitischer Beratung stattfindet. Das heißt, wir haben auch sehr, sehr unterschiedliche Stimmen da. Also das ist nicht auf eine Linie zu bringen. Und ich denke mal, das ist auch meine Kernaussage, es geht darum, auszuhandeln, den Streit zu suchen, miteinander in sich ins Verhältnis auch zu setzen. Das ist eine ziemlich komplexe Konstruktion mit verschiedenen Gremien und wie man sich das so schön vorstellen kann, wie das dann ganz konkret in Arbeit umgesetzt wird. Insofern haben wir auch ein sehr, sehr breites, da wir alle Kunstsparten versuchen abzudecken, ein sehr, sehr breites Programm und sehr, sehr unterschiedliche, ich kriege auch sehr unterschiedliche Rückmeldungen über das Engagement einzelner. Da sind ja auch einzelne Kulturträger drin, also es ist ja nicht so, dass wir nur Künstler haben und Kunstschaffende haben, sondern auch Institutionen quasi über unsere Mitglieder da vertreten sind. Und das, was sich mir spiegelt, ist, dass es ein sehr, sehr breites Bewusstsein gibt, dass man Räume öffnet, dass man, es ist auch für Theaterhäuser zum Beispiel nicht sehr selbstverständlich, dass jetzt immer alles so weiterläuft wie bisher, sondern es gibt ein sehr starkes Umdenken, vor allem auch, wenn ich an Theaterhäuser denke, die jetzt nicht unbedingt in Berlin sind, sondern auch in anderen Orten, da sich zu engagieren, in die städtischen Räume reinzugehen. Das machen die sehr unterschiedlich. Ich kann es eben auf keinen Nenner bringen, aber es ist sehr stark da. Und da geht es mir dann so ein bisschen, jetzt mache ich diesen Schwenk, der so ein bisschen an das anschließt, was du gesagt hast, dass ich gerne so ein bisschen zurückgeben würde an die Hildresse der Politik, weil es ist sozusagen meiner Meinung nach eben ein Großbewusstsein da. Aber oft fehlt es an der geeigneten politischen Antwort. Ob es das Einwanderungsgesetz ist, kann ich auch nur recht geben. Oder aber auch, wie Kulturförderung funktioniert. Und da muss ich sagen, ist einiges im Argen. Gerade für Institutionen, die eben nicht das, was sich am besten verkauft machen und irgendwie vielleicht auch Experimente wagen oder eben die Vermittlung suchen, eben den Streit suchen, ist es nicht so einfach. Sie sind mittlerweile angewiesen darauf, allesamt Drittmittelgelder zu akquirieren. Was heißt, ich kann es jetzt ganz konkret bei der Akademie in der Künste, heißt das, dass man erstens mal in Konkurrenz tritt als Institution mit den ganzen kleinen Trägern, die vielleicht nicht so einen großen Mitarbeiterstab haben und da irgendwie so einfach Gelder kriegen können. Erstens, das ist das Schädliche. Das Zweite heißt, dass man im Grunde die Entscheidung über das, was man macht, eigentlich nur rauslagert in Schürien hinein, die teilweise, es gibt nicht so viele Fachleute, die dann entscheiden dann fünf Handeln quasi über alles Mögliche in ganz Deutschland. Das finde ich sehr, sehr prekär. Also die vermeintliche Demokratisierung dieser Auslagerung erzeugt dann eigentlich eher, dass einige wenige das bestimmen, was geschieht. Drittens ist es ein falscher Aktualitätsdruck, der dann in dem Moment überhaupt nicht funktioniert, wenn es darum geht, zum Beispiel eine Ausstellung zu planen. Das dauert einfach zwei Jahre und wenn ich jetzt irgendwie auf ein Thema setze, was jetzt gerade da ist und was auch nicht unbedingt als politisch zu verstehen ist, sondern einfach als Aktualität oder als Diskursphänomen, muss man sich dann irgendwie draufsetzen und das dann irgendwie ein, also in seine Antragstexte reinstecken. Das ist in dem Moment dann wirklich problematisch, wenn man einfach neue Wege, das Experiment wagen möchte, neue Wege sucht, eben andere Dinge machen möchte. Das ist etwas, was Erneuerung und Veränderung verhindert. Und damit kämpfe sowohl ich als Schriftstellerin, wenn ich Anträge schreibe, als auch diese große Institution. Ich finde das sehr absurd und sehr lustig auf eine Weise, dass sich das so entspricht, dass man weiß, welches Wording muss da kommen und was geht eben nicht. Und ja, also finde ich sehr, sehr misslich. Und das hat sehr viel auch ganz konkret mit der Entscheidung zu tun, dass man sagt, okay, Institutionen sollen keine, die Basisförderung bleibt gleich oder ist irgendwie, wird gedeckelt oder wird minimiert, was automatisch dann passiert, wenn Tariferhöhungen beispielsweise bei der Akademie der Künste nicht mitfinanziert werden, wir immer mehr reinstecken müssen in die ganze Ausstattung und wir freie Programmmittel eigentlich überhaupt nicht mehr dann haben. Das ist wirklich, ja, also um das mal jetzt so ein bisschen, ich muss es konkret machen, weil es einfach sonst sehr, sehr wahrgebleibt. Finde ich gut. Ich würde nur gerne die Frage der Kulturförderung und was, was müsste da gemacht werden, würde ich gerne nochmal verschieben und nochmal bleiben bei dieser Frage, was sichert eigentlich den, sozusagen die Öffentlichkeit der Kulturinstitutionen und ich fand, Herr Riese ist sofort dran, ich fand diesen Punkt von Frau Langhoff zu sagen, ja, wir gehen auch raus aus dem Theater, wir machen sozusagen öffentlichen Raum im doppelten Sinn. Also wir sind ein öffentlicher Raum und wir nutzen öffentliche Räume, weil wir sehen, so schaffen wir nicht den Zugang zu den in der Breite, wie Sie, Herr Mohr, das sozusagen idealtypisch beschrieben haben vom Fernsehen. Herr Riese, Sie sind auch in eine ähnliche Richtung unterwegs. Nein, ich würde Ihnen, ich glaube, wir, ehrlich gesagt, wir Kulturinstitutionen machen das alle relativ gut im Moment. Ja, und ich will jetzt auch gar nicht sagen, was ich so schön mache, sondern ich möchte den Spieß eigentlich umdrehen. Wir sind ja hier an einem Ort einer parteinahen Stiftung. Wir sind also im Bereich der Politik quasi. Und was ich wirklich richtig schlimm finde in Deutschland, ist, dass ich das Gefühl habe, dass das, was wir tun und wir, glaube ich, in vielen Einrichtungen machen wir nicht mehr Wohlfühlkultur, sondern wir machen an ganz vielen Orten, in der Provinz, in der Hauptstadt, in den Stadttheatern, in der bildenden Kunst, engagierte politische Kunst, die sich mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinandersetzt. Aber wer außerhalb unserer Nische nimmt es eigentlich so wahr, dass es in einen Kontext überführt wird? Wann habe ich zuletzt bei einem Politiker in einer Rede gehört, habe ich doch neulich diesen Roman von Robert Menasse gelesen, habe ich doch neulich dieses Bild gesehen, es hat mich erschüttert. Wo spielt das eigentlich eine Rolle außerhalb von unserem Kulturkontext und außerhalb von denjenigen, die sowieso schon unser Publikum sind? Warum gibt es eigentlich in den Nachrichten quasi nie eine Nachricht? Folgender wichtiger Schriftsteller hat gerade einen neuen Roman geschrieben, folgende bildende Künstlerin hat eine grandiose Skulptur im öffentlichen Raum aufgestellt, folgender Preis wurde gerade vergeben, außer einmal alle vier Jahre, wenn der, ja, mal der Büchnerpreis, mal der Nobelpreis. Aber ich meine, die Unfälle kommen ständig in den Nachrichten vor, obwohl sie überhaupt nicht relevant sind, außer für die armen Menschen, die sie betrifft. Aber Kultur, die total relevant sein könnte, findet nicht statt, außer eben in den Nischen. Und das glaube ich, können nicht wir Kulturleute alleine ändern. Ja, ich habe acht Jahre Stadttheater gemacht in Frankfurt, wir haben an 25 Orten in der Stadt gespielt. Na klar will man rausgehen, na klar macht man politische Reihen. Dani Kuhn-Bendit hat eine eigene Gesprächsreihe bei uns gehabt. Wir haben alle möglichen Thementage gemacht zu den unterschiedlichsten Dingen, drei Tage lang Wochenenden in Frankfurt. Aber wo wird es denn ernst genommen bei denen, die nicht sowieso schon Freaks sind, weil sie in unserer Szene arbeiten? Und das ist meine Frage in eurem Kontext hier. Ja, aber wird es besser, wenn, es waren ja mehrere andere Bereiche angesprochen, ist ja interessant, nicht? Also wie, wenn das ein öffentlicher Raum ist, spielt es, welche Rolle spielt es in der Kultur, Quatsch, in der Politik, also welche Rolle spielt Kultur in der Politik, aber auch in den Medien, also die Politik bestimmt ja nicht, worüber in den Medien berichtet wird oder nicht berichtet wird. Doch, könnte sie. Wenn die Politik das selber zum Thema machen würde, würde es auch von den Medien aufgegriffen werden. Ja, aber nicht alles, was von Medien aufgegriffen wird, wird in der Politik diskutiert. Das wäre ja auch schlimm. Also Medien haben ja auch gegenüber der Politik ein kritisches Mandat. Also insofern, ich will einfach nochmal so ein bisschen zurück, was auf die Frage, es ist immer leicht zu sagen, die und die sind schuld. Also was ist sozusagen vielleicht die Aufgabe oder wo liegt der Dreh? Ich sehe, ich könnte jetzt locker einstimmen und sagen, ja genau, ganz schlimm und so und die Prädominanz von Wirtschaftsdaten und Finanz- und DAX-Werten im Radio ist völlig unangemessen, weil die meisten Leute haben gar keine Aktien. Aber ich würde ganz gerne nochmal zurück auf die Frage, was können Kultureinrichtungen, die ja so oder so, ob es jetzt ausreicht oder nicht, finanziert werden und Gegenstand öffentlicher Finanzierung sind. Wo liegt die eigene Verantwortung, um den kulturellen Raum als öffentlichen zu präsentieren, die Vielfalt? Ich fand einen interessanten Punkt, Frau Langhoff, den Sie gemacht haben. Wie spielt sich eigentlich die Vielfalt in meinem Ensemble, in meinem Haus ab? Und da kommt es zu diesem Thema der Glaubwürdigkeit. Das scheint mir ein Schlüssel sozusagen auf die Wirkung des Gorki zu sein, dass Sie sagen, das, was ich nach außen repräsentieren möchte, das leben wir auch im Inneren. Kann sein, dass es viel anstrengender ist als sozusagen im normalen Kulturbetrieb. Aber wir machen das, weil wir auch in uns diesen Zumutungen aussetzen, der Vielfalt. Das würde mich auch, Herr Riese, nochmal interessieren. Wie ist das am BE? Also wie ist da, das macht das Kulturbüro da nur die Vermittlung sozusagen der Zuteilung der Schauspielerinnen und Schauspieler? Oder gibt es diese Art der Demokratie, sag ich mal, ja, und der Öffentlichkeit auch innerhalb des Hauses, die dann mit einer entsprechenden Ausstrahlung ihr Publikum und auch ihre Aufmerksamkeit gewinnt? Vielleicht noch etwas, wenn ich darf, etwas grundsätzlicher. Nicht nur die Frage von, wie vermitteln wir was oder wer macht da was genau, sondern die Frage, ist das eigentlich messbar, in Anführungsstrichen, der Nutzen, der Wert, das Ereignis, das Kultur auslöst. Mein Frankfurter Kollege, der Opernintendant, hat mir erzählt, wie er, oben in der Wohnung war sein depressiver Vater und er als Kind saß unten im Auto und hörte im Autoradio Opern. Und das hat ihn dazu gebracht, Intendant zu werden und ein Leben lang jeden Abend in dem Theater zu sitzen, jeden Abend eine Oper zu hören. Das werden Sie, wenn Sie diese Geschichte nicht erzählt bekommen, werden Sie das niemals erfahren. Das wird keine Statistik messen, was das bedeutet. Ich komme aus Paderborn und meine Eltern hatten einen Auto-Zubehör-Großhandel und haben mich sehr gefördert, aber hatten mit Kultur überhaupt nichts am Hut. Und das kleine Theater, das es in Paderborn gab, das kleinste deutsche Stadttheater, die westfälischen Kammerspiele, waren für mich mit 13, 14, 15 ein Lebensretter. Und ich wusste damals, dass ich das machen will, was ich heute mache und das habe ich 35 Jahre lang bis jetzt gemacht. Ich weiß nicht, wo wir das messen können, wo wir das ablesen können. Bei Bildung, es wird ja immer Bildung gegen Kultur ausgespielt. Meiner Ansicht nach sitzt die Kultur immer am kleineren Hebel und die Bildung immer am längeren und das finde ich super doof. Es gibt auch wahnsinnig viele Stiftungen, die Bildung fördern und sehr viel weniger die Kultur fördern. Und das ist so, wie soll ich sagen, das ist mal mein Grundimpuls, zu sagen, das, was wir tun, ist epochal wichtig für den einzelnen Menschen, der Kultur erlebt, konsumiert. Und dann können wir uns, wenn wir das mal begriffen haben, können wir uns fragen, wie gehen wir damit um und was machen wir eigentlich und warum hat das nicht mehr Bedeutung? Ich bin jetzt ganz verblüfft, dass Sie auf der einen Seite, dass Sie, du hast wahrscheinlich eine andere Verblüffung, Schermin, als ich, darf ich mal eine sagen. Nämlich, dass Sie vorhin, wie viele Menschen im Theater und im Kulturbetrieb sagen, wir hassen diese Wohlfühl, wir machen kein Wohlfühl, wir machen kein Wohlfühl, ich mache keine Wohlfühl-Skulptur, diese Wohlfühl-Musik. Und auf der anderen Seite haben Sie zwei Beispiele gebracht, wo es genau darum ging, dass die Menschen, doch, sich die Menschen in der Kultur wohlfühlen. Es ging um Erschütterung. Sie sagen, das war Ihr Lebensretter. Sie sind in einem Umfeld ausgehört, das sehr schön war und Ihre Eltern waren toll, aber wenig Kultur. Ihnen hat es das Leben gerettet. Dramatischer kann man sich formulieren. Sie schildern die Situation von einem Jungen, der den depressiven Großvater oben hat und sich wohlfühlt, indem er diese Opernmusik hört. Die rettet ihm das Leben. Das muss die Einladung der Kultur sein. Natürlich haben die Menschen ein Recht, sich in der Kultur wohlzufühlen. Wenn Schermin Langhoff sagt, ich öffne thematisch, ich mache, ich will zwar nicht in der Migrationsecke da verkommen, aber natürlich fühlen sich diese Menschen dann wohl, weil sie sich verstanden fühlen. Natürlich gehen sie dann hin. Wenn ich, Entschuldigung, für eine Skulptur, um sich zu verstehen, ein Programmheft lesen muss, wenn ich mich durch 50 Seiten Programmheft am Theater durcharbeiten muss, dass ich verstehe, warum da oben ein Schauspieler macht, dann fühle ich mich nicht wohl und ich plädiere für eine Kultur, in der ich mich wohlfühle. Und wenn ich sie überzeugen möchte für meine Idee, dann gucke ich, dann sage ich, komm zu mir aufs Land. Du hast eine schöne Aussicht. Ich gebe dir Rindfleisch, wie du es noch nie gegessen hast. Du wirst sogar als Veganer überzeugt sein. Ich bin kein Veganer. Irgendwann fühlst du dich wohl und dann habe ich dich und dann können wir anfangen, uns auseinanderzusetzen miteinander. Aber dieses ewige, dieses formaldeite Regie-Theater, diese formaldeite Mies van der Rohe-Architektur, die sagt, es geht ums Drama. Der Mensch darf sich nicht wohlfühlen. Es geht um, es geht um, was haben Sie gesagt? Es geht um Erschütterung. Nein, ich will nicht erschütteren. Kultur ist immer schon dazu da gewesen, Welten zu kreieren, die wir uns wünschen. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht. Wie schaffen wir es, die zu werden, die wir gerne wären? Niemand will ein Faschist sein. Niemand will Menschen quellen. Niemand will seine Frau schlagen. Niemand will das. Ich bin überzeugt, dass der Mensch nicht so geboren ist. Aber die sagen dann, ich musste doch, weil das und das und dieses und ich bin beleidigt. Das heißt, wir brauchen gerade natürlich eine Kultur, die uns wohlfühlen lässt, die uns daran erinnert, was für unglaubliche Wesen wir sein können. Dass wir eine Empathie haben, wie Shermin Langhoff sagt. Dass wir Engagement haben. Dass wir unglaubliche kreative Leistungen vollbringen können und dass andere Menschen die sogar sehen können. Natürlich, das braucht Wohlfühl. Eine Grundstimmung des Wohlfühlens. Ihr von der Kultur sollt mir nicht sagen, wie beschissen die Welt ist. Das weiß ich selber. Ich sehe es jeden Tag. Ich gehe in die Stadt. Es stinkt hier. Es ist hässlich hier. Ich weiß das. Bringt mir eine Stadt, in die ich mich wohlfühle. Und dann werde ich dafür kämpfen. Und wenn ich kämpfe für etwas, wenn ich mit anderen für etwas kämpfe, dann habe ich auch das zweite Problem gelöst, nämlich die Vereinzelung. Ich will mich wohlfühlen in einem Kontext und mit einer Vision, für die ich kämpfen kann. Mit anderen, die mit mir kämpfen. Dann fühle ich mich verdammt wohl. Und das sollten wir nicht Helene Fischer überlassen. Sie lachen jetzt. Ich meine das ganz ernst. Helene Fischer macht das fantastisch. Und sie investiert unglaublich viel Arbeit da rein. Und es funktioniert. Die Stadien sind verdammt nochmal voll. Ich möchte diesen Wohlfühlcharakter haben. Ich will eine Vision von der Kultur. Und ich will das Gefühl haben, ich kämpfe dafür. Und wenn ich dann auch erlebe, dass andere auch für diese Vision kämpfe, dann habe ich das Wir-Gefühl. Und dann brauche ich nicht mehr den Fußballklub für das Wir-Gefühl. Dann habe ich das Wir-Gefühl in der Gesellschaft. Und im Moment sind wir in einer Agonie der Verzweiflung. Die Welt geht vor die Hunde. Die Gesellschaft bricht auseinander. Es wird doch permanent in den Medien behauptet, mir förmlich suggeriert, dass alles den Bach runter geht. Und ihr wundert euch, dass die Theater nicht funktionieren. Ihr wundert euch, dass die Museen nicht funktionieren. Die können nicht funktionieren. In so einem Klima. So, mehr habe ich heute nichts mehr zu sagen. Danke. Also, wenn wir einen Schauspieler brauchen, können wir auf jeden Fall auf Max zurückgehen. Das war kein Schauspiel. Ich habe mich wirklich geärgert. Das war trotzdem eine tolle Performance. Und die kommt manchmal genau aus Wut. Also dazu laden gerade die intersektionalen Kolleginnen ein. Frauen habt Wut und schreit sie raus. Also angry sein ist nichts, wofür wir uns schämen sollten bei uns in Deutschland. Ja doch etwas, was man nicht gewohnt ist. Dass es sozusagen eine akzeptable Form auch der Kommunikation ist. Ich hatte es mal versucht mit den Biermöseln. Die hatten ein wunderbares Programm ausschwitzen. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert von Ihnen. Und da ging es so, da Sommer, hier Sommer, Sommer, da Sommer hier. Und das waren erwachsene Männer, die ich mit 14 anschaute, nackt in Bassdrücken, in all ihrer Weisheit mit ihren Bauchschwabbeln, auf die ich mich verlassen habe, wenn die Faschos irgendwie aufgekommen sind. Und die sehr klare Haltung hatten auch sozusagen auch ein Publikum. Wir hatten eine Atmosphäre, Sie wissen das gerade als Grüne von Hermann Glaser, Hilmar Hoffmann. Also Zeiten, in denen Kultur für alle ja auch mit Ihnen und anderen erschaffen worden ist. Ich glaube, wir sind einfach wirklich sehr viele Schritte da zurückgegangen. Ich würde komplett mit dir gehen. Ich würde aber immer sagen, es ist die Gleichzeitigkeit. Wohlfühlen widerspricht nicht einer kritischen Reflexion. Das ist ja nicht sozusagen, wir reflektieren nicht mehr kritisch, wir sind nicht mehr kritisch. Ich würde aber total einhergehen. Wir dürfen nicht vergessen, auch da wieder Geschichte. Die Kunst hat sich schuldig gemacht in unserem Land. Das heißt, es war sehr wohl möglich, die Klassik weiter zu spielen, auch mit den Nazis. Die haben das gerne geschaut. Und es ist heute auch ein Herr Jongen, ein Herr Tilschneider, die den Brecht loben und gerne auch Brecht spielen lassen würden. Eben nach ihrer Fassung. Also man muss da wirklich sehr, es ist nämlich nicht so, dass sozusagen die Kunst der Erretter oder dergleichen sein könnte. Ich finde die Frage sehr relevant, auf die Oliver nicht geantwortet hat. Ich will gar keine jetzt, wir schätzen uns prinzipiell, aber haben sicher andere Ansätze für Theater. Trotzdem würde ich bitten, das einfach ernst zu nehmen. Ich glaube, das bedeutet was. In Berlin, ein repräsentatives Haus, egal ob das Deutsche Theater oder das Berliner Ensemble. Bis heute, du hast ja demnächst Cynthia Mikas. Nicht einen schwarzen Protagonistin nach, wirklich in einer Geschichte, seit den Kurfürsten gibt es Schwarze hier, in so vielen Generationen. Das ist eine Schande und da müsst ihr euch an die Nase fassen, was haben wir die letzten Jahrzehnte gemacht. Warum sind bestimmte, ich sage nicht, dass es keine Versuche gegeben hat. Es geht aber nicht, dass die repräsentativsten Theater, ein Berliner Ensemble, ein deutsches Theater, wo man genau das denkt, da sind die besten Schauspieler. Wenn ihr da keine Schwarze habt und niemand mit Hintergrund, dann sagt ihr, da gibt es keine Guten. So einfach ist das. Doch, so einfach ist das, wenn man sich nicht darum bemüht. Und ich finde, das sind die wichtigen Dinge, die man in Institutionen, also alles, was sozusagen Institution heißt, Repräsentation auch. Da muss man das Publikum auch einladen, indem man die Möglichkeit für Identifikation, Empathie gibt. Und im Programm sehe ich das genauso. Für mich heißt Zugang, ich verstehe, bei uns gibt es keine dicken Programmhefte, was ich höre, was ich sehe. Das heißt aber nicht, die Vereinfachung, die uns gerade die Rechte bietet, sozusagen die rechte Droge, alles einfach zu erklären. Natürlich sind die Dinge kompliziert. Natürlich gibt es Konflikte. Und wir versuchen immer wieder wirklich auch bis hin zu anschließenden Workshops, die wir anbieten, um gemeinsame Gespräche, also in einen Raum zu kommen, in dem wir uns begegnen und zwar nicht nur das Theater rezipierend, empfindend, sondern danach miteinander sprechen, Workshops machen, bis hin zu wirklich mittlerweile schamanistischen Angeboten, die es nächstes Jahr bei uns gibt im Rahmen eines Festivals. Es geht darum, Begegnungen zu schaffen. Trotzdem finde ich eben sehr wichtig zu wissen, und da würde ich Oliver recht geben, dass wir natürlich am Ende, das wissen wir ja, wir erreichen zwei Prozent sind es oder so der Gesellschaft im Theater. Wichtig ist es aber trotzdem, ich würde nämlich nicht dem Argument irgendwie anheimfallen zu sagen, das ist nur eine Nische. Die Frage ist doch, das war immer schon so, dass natürlich nur ein Teil der Bevölkerung gekommen ist, aber wie ist diese Bevölkerung interessiert? Wie multipliziert sich das? Wie nehme ich Schlüsselmomente damit, die du ja beschrieben hast aus deiner Biografie? Und letzter Widerspruchspunkt, kulturelle Bildung. Ich finde Kultur und Bildung sozusagen auch aus der Kunstperspektive, die wir so zu differenzieren, total falsch. Alle Theater können die Kritik bitte schön annehmen, dass Theaterpädagogik immer das Letzte ist, woran wir denken, immer das Letzte ist, worin wir Geld stecken, immer das Letzte ist, weil wir natürlich mit der Kunst erstmal glänzen und weil das nicht unser prioritärer Kulturauftrag ist. Aber auch die Stadt, nur am Beispiel Berlin, letzte Sätze, hat hier vor zehn Jahren abgeschafft, dass jede Institution Kulturpädagogen zusätzlich bekommen hat, um Vermittlungsarbeit zu machen. Also das heißt, es ist auf mehreren Ebenen so, dass tatsächlich, und ich finde kulturelle Bildung, das ist der Moment, wo es Schlüsselmomente gibt. Und die, bitteschön, kann man in der Schule übrigens auch erleben. Bei mir war es der Musiklehrer mit Luigi Nono und seiner Geschichte und der Deutschlehrer mit Büchner. Das hat mich politisiert, das hat mich sozusagen, also ich war eben, ich war ein Gastarbeiterkind und ich hatte nicht den direkten Zugang in die Oper. Ich weiß nicht, ob ich da das gelernt hätte oder diese Schlüsselmomente erlebt hätte. Ich will nur sagen, ich würde nicht so gegeneinander stellen. Ich glaube, genau die Zusammenarbeit dieser beiden Institutionen, die wird aber gesetzlich nicht gefördert, die wird aber in den Regularien nicht gefördert, die wird aber also total bei dir. Wir müssen raus, wir müssen Kooperationen suchen, wir müssen sozusagen neben der hehren Kunst und die wir machen, schauen, wie wir Dialoge entfachen können, wie wir Wohl fühlen. Natürlich, ich gehe an einen Ort, an dem ich sein kann, an dem ich diskutieren kann, an dem ich meine Meinung sagen kann, an dem ich lachen oder auch Buh schreien kann, in dem was passiert. Und das finde ich das Allerwichtigste, weil Kunst, wie gesagt, wird auch unter einer AfD weiter stattfinden. Okay, jetzt haben wir zwei heftige Plädoyers gehört. Jetzt muss ich Raum schaffen, öffentlichen, damit Herr Rehse darauf antworten kann, aber eigentlich ist Frau Röglat dran. Erstmal, Herr Rehse. Also, lieber Herr Mohr, ich weiß gar nicht, womit ich Ihren Ausbruch, den ich aber toll fand, provoziert habe. Doch nicht Sie, nein, die ganze Kultur. Also, meine, es gibt eine wunderschöne Zeichnung aus dem New Yorker. Auf dieser Zeichnung, die hätte ich eigentlich gerne mitgebracht und hierher projiziert, auf dieser Zeichnung, die ist ganz einfach, sieht man so ein bisschen Straße und da liegt eine alte Fischdose und noch eine leere Flasche und noch so ein bisschen Müll und darunter steht, live without Mozart. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild für das, was meiner Ansicht nach Wohlfühlen und Kultur sein kann. Liebe Sherwin, nur um das zu sagen, es haben viele schwarze Schauspieler bei uns in den letzten zwei Jahren auf der Bühne gestanden. Es gibt einen körperbehinderten Schauspieler, der fest bei mir im Ensemble ist. Es gibt einen Transgender-Menschen, der fest bei mir im Ensemble ist. Also, es ist nicht so, dass das alles nur alte, weiße Männer sind, meine Kollegen, nein. Aber ich möchte gerne was sagen, wo ich ganz direkt mit Politik zu tun hatte und wo ich eine Erfahrung gemacht habe, die mich ziemlich erschüttert hat. Als ich vor zwölf Jahren als Intendant berufen wurde ans Frankfurter Schauspielhaus, habe ich auf die Stadt geguckt und analysiert, was fällt mir auf, was fehlt? Ein Kinder- und Jugendtheater. Eine Stadt wie Frankfurt mit 800.000 Leuten hat nur ein ganz kleines privates Kinder- und Jugendtheater. Und ich habe in der allerersten Diskussion, wo ich öffentlich vorgestellt wurde, gesagt, meine Damen und Herren, diese Stadt braucht ein Kinder- und Jugendtheater. Und ich dachte, alle sagen, Recht hat er, das ist doch mal gut, das will er auch gar nicht unbedingt für sich, sondern er will einfach, dass die Stadt das kriegt. Was ist passiert? Es fielen alle möglichen Lobbyisten und alle möglichen Vertreter verschiedener Parteien, die alle irgendwas anderes für sich beraten wollten, über mich her. Es passierte ungefähr sechs Jahre lang gar nichts. Dann wurde dieses Thema, das ich auch immer wieder erwähnt habe, so langsam in irgendwelchen Parteiprogrammen aufgenommen. Dann wurde die Regierung abgewählt. Die nächste nahm es auch in ihr Parteiprogramm auf. Inzwischen ist nichts passiert. Es ist weder gebaut worden, noch initiiert worden, noch Geld dafür bereitgestellt worden. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass zum Beispiel so eine Basis, also eine zentrale Art von Basisarbeit, wo Kultur unglaublich viel, quasi eins zu eins bewirken könnte, ist bei der Arbeit mit jungen Leuten. Und das ist in einer 800.000 Einwohner Stadt. Ich habe dann gesagt, aber guck doch mal, in Göttingen, in Hannover, in Mannheim hat man das völlig selbstverständlich, entweder als Sparte an dem Stadttheater oder selbstständig gegründet. Das kann doch nicht sein, dass das reiche Frankfurt das nicht hinkriegt. Die Politik hat meiner Ansicht nach komplett versagt. Sie hat es in Programme geschrieben und sie hat nichts getan. Und das sind so Erfahrungen, wo ich sagen muss, dann lasst uns nicht immer auf die Schulter klopfen, wie toll wir sind, sondern das ist eine Erfahrung, die hat mich ganz real richtig erschüttert. Gut, Frau Röckler hat jetzt viele, viele Anknüpfungspunkte. Und wenn Sie dann die Güte hätten, dass wir zu diesem Politik, zur Frage der Gewährleistung von Politik, darauf müssen wir jetzt zu sprechen kommen. Und die Idee war ja auch, dass es noch einige Reaktionen aus dem Publikum gibt. Genau, ganz kurz. Also zum Thema Wohlfühlen, nur ganz kurze Reaktionen, weil da geht bei mir auch das Gemüt hoch. Tatsächlich, es wurde ja auch schon gesagt, es schließt sich nicht aus. Es geht darum, Räume zu schaffen, in denen man sich begegnen kann, in denen man Dinge aushandeln kann, in denen man etwas wahrnehmen kann. Kunst soll auch erstaunen, soll auch überraschen können und soll nicht das immer Altbekannte bringen. Und das ist sozusagen der Punkt. Ein bisschen irritiert hat mich auch dieses Ausspielen zwischen Bildung und kulturelle Vermittlung oder Kultur, Kunstvermittlung. Bleiben wir mal bei der Kunst. Ich finde, da haben wir einen Manko auf beiden Seiten. Also es ist auch in der Bildungspolitik, es ist ein Wahnsinn, was in Deutschland los ist. Ich finde es irgendwie ziemlich erschreckend. Ich selber habe auch drei Kinder und kriege da doch ziemlich klar mit, was in den Schulen so passiert. Da werden gerade Künstler, die in Schulen gehen und dort Arbeit machen, werden auch präkarisiert, werden nicht ernst genommen, sind ganz am unteren Ende. Das finde ich ein Missstand, der ist ganz schön merkwürdig. Und da wäre anzusetzen in beiden Bereichen. Vielleicht komme ich ziemlich schnell zur Politik. Warum ich zuerst diese ganze Arie von dem Fördersystem gesagt habe, ist, ich komme gerade aus Polen, ich habe dort sehr deprimierte Menschen getroffen. Wir müssen zusehen, dass wir uns nicht von Politikern unser künstlerisches Programm entscheiden lassen. Das können einfach andere Leute dann plötzlich, die sitzen ja schon teilweise da. Insofern muss das getrennt bleiben. Mit dem derzeitigen Fördersystem ist leider Gottes eine Tendenz gegeben, dass die Politik entscheidet, was künstlerisch gemacht wird. Ich habe das ein bisschen umständlich vielleicht versucht zu erklären, über diese Auslagerung im Jury-System und über Sonderförderungsprogramme, wo im Grunde inhaltliche Schwerpunkte gesetzt werden. Das Luther-Jahr ist dann auch das harmloseste auf eine Weise. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Da muss man eine grundsätzliche institutionelle Förderung ergänzen zu einer sehr starken Förderung der freien Szene. Also man muss beides machen und eben nicht auf diese Struktur setzen. Ja, im Grunde, das ist ein Hauptpunkt, den ich hier mitbringen wollte. 61 Millionen Nachtragshaushalt gerade für 30 Jahre Mauerfall bei der Bundesregierung. Und zwar durchaus für Kultur oder auch bei uns im Land Berlin. 10 Millionen für einen Tag ist möglich. Es ist wahnsinnig viel Geld da, aber es wird an der falschen Stelle ausgegeben. Und vielleicht noch ganz zwei. Also ist jetzt der Punkt, wenn ich da mal, also ich komme jetzt gerade über das Thema, was kam sozusagen Kultur als Gewährleistung auch von, es geht um finanzielle Mittel, aber es geht auch um sozusagen Möglichkeitsräume schaffen, zum Beispiel die europäische Kulturhauptstadt. Das ist ja eine politische Entscheidung gewesen zu sagen, wir wollen so etwas haben wie europäische Kulturhauptstädte. Würden Sie sagen, das ist quasi eine Vorgabe, die diese Kultur in ihrer Freiheit beschränkt? Also so verstehe ich das jetzt. Ich meine, dass Sie jetzt vergessen hatten, das Geld zu beantragen ist dumm gelaufen. Aber da kann ja auch was draus gemacht werden. Da europäische Beziehungen, ein Netzwerk herzustellen, das finde ich nicht unbedingt ein gutes Beispiel. Das sind eher diese inhaltlichen Schwerpunkte, wo dann plötzlich eben Gelder, Töpfe frei werden und sehr hektisch dann auch Gelder vergeben werden für irgendwas, anstatt da eine Basisfinanzierung zu liefern in alle Richtungen. Und wenn Kultur alleine entscheidet und Politik nicht mehr entscheidet, wer garantiert dann, dass die kulturellen Räume öffentliche bleiben? Wie stellt man das dann her? Niemand garantiert das dann. Die böse Frage ist ja, warum muss das garantiert sein? Es muss garantiert sein, dass es kulturell ist. Weil das Geld, das zur Verfügung gestellt wird, wird ja von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gegeben. Also irgendwo gibt es, wir sind ja auch, es gibt irgendwo eine natürliche Art der Erwartung. Darf ich kurz aufklären, wie das System ist? Genau, also das System ist ja gar nicht so schlecht, aber es geht eben genau darum, dass in solchen herausfordernden Zeiten es gegebenenfalls missbraucht wird, politisch, ideologisch. Also das heißt, natürlich werden Intendanten von der Politik bestellt. Und zwar nur für fünf Jahre erst mal. Und man wird verlängert, wenn man für die Stadt eine anständige Arbeit macht. Und wenn der Kultursenator, also im Normalfall, wenn das System funktioniert. So, in den meisten Fällen ist das tatsächlich so. Also das heißt, natürlich gibt es die Kontrolle über die Person, die dann an der einzelnen Institution diese öffentlichen Mittel verausgabt für Kunstkultur. Also es gibt ein Kontrollsystem. Was Katrin angesprochen hat, ist, wir haben, wir sind als Institution, ich habe beschrieben, diese 30 Prozent, die wir draußen machen, ist nicht etwas, was ich mit meinen eh viel zu geringen budgetären Mitteln mache, sondern mit Drittmitteln. So, wenn ich auf Drittmittel angewiesen bin, gehe ich natürlich vornehmlich zu öffentlichen Stiftungen, weil private Stiftungen wollen jetzt nicht irgendwie primär, also bei kultureller Bildung gibt es da viel Kooperation, aber bei Kunst wirklich bisher in Deutschland kaum, einzelne Operngeschichten und größere Events schon, aber nicht im Sprechtheater bei uns, gehe ich also an öffentliche Stiftungen. Diese öffentlichen Stiftungen haben politische Beiräte. In diesen politischen Beiräten sitzt mittlerweile in jedem Beirat ein AfDler, aber es muss gar nicht so weit kommen. Wir haben gerade in Dresden erlebt, wie alle kleineren öffentlichen, freien, linken, progressiven, alternativen Projekte von Kindern und Jugendlichen einfach in einem Haushalt gestrichen worden sind. Und das ist nicht nur mit AfD leider, sondern mit einer Koalition aus CDU und FDP passiert, der AfD. Also das heißt, was wir erleben, und da geht es ja am wenigsten vielleicht an Berlin, ist, dass natürlich in diesem System die politischen Beiräte, die dort vorgeben, und die politischen Beiräte wiederum besetzen diese Jurys. Also das heißt, es gibt natürlich genau den Zusammenhang, dann heute konservativere Jurys zu haben. Oder es reicht auch, nicht mehr mutige Jurys zu haben, die also nur noch diplomatisch und wo eckt man nicht an und wie gefährdet man etwas nicht entscheiden. Es muss gar nicht so weit sein, dass man jetzt rechter Couleur ist oder so. Und das ist nun wirklich nicht etwas, was wir in unserem Land mit unserer geschichtlichen Erfahrung einer monokulturalistischen Zuspitzung gerade im Kunstbetrieb irgendwie auch nur dulden sollten. Deswegen ist der Punkt sehr richtig von Katrin, dass wir das heute energisch kritisieren müssen, dass eine Ideologisierung von Jurys und Beiräten und Vergabe von Mitteln passiert. Nur ganz kurz, ich weiß, wir sind im Zeitdruck und natürlich wollen die Damen und Herren auch was sagen. Solange die Kulturschaffenden damit einverstanden sind, bezahlt zu werden vom Staat, können Sie sich nicht wundern, dass der Staat mitredet. Punkt eins. Punkt zwei, solange der Staat sagt, ich zahle nur unter bestimmten Bedingungen, weil es ist ja Steuergeld und das müssen wir verantworten, kann es nicht sein, dass es freie Kunst gibt. Punkt zwei, die Lösung kann nur sein, kulturelle Institutionen brauchen ein... Eine Verfassung. Das geht verfassungsmäßig. Ich bin kein Jurist, aber ich bin sicher. Es braucht für kulturelle Institutionen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Punkt. So wie es ein bedingungsloses Grundeinkommen für die Kirche gibt. Wer garantiert uns, dass diese Pfarrer nicht schlimme Schlingel sind? Es gibt keine... Es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen für die Bundeswehr. Wir kommen jetzt, glaube ich, in schwierige Debatten rein. Ich würde jetzt gerne... Nein, das ist... Die Frage war ja, was kann die Politik tun? ...die so ein bisschen abführen von der öffentlichen... Ich finde das kreativ. ...aufgabe. Ja, ich finde es auch gut. Ich bin schon... Nein, nein, ich glaube... Also kreativ und anregend. Aber ich... Wir haben diese anderthalb Stunden und versuchen mal bei diesem Thema der kulturellen Räume als öffentlichen Räume zu bleiben. Und ich sehe, dass es hier Menschen gibt, deren Arme hochgehen. Und das finde ich wichtig, dass wir ein bisschen Dialog auch mit den Menschen haben, die hier tapfer zugehört haben. Vielleicht mal in dem Block die beiden Arme, die da hochgegangen sind. Dame im Blauen und hinten. Ja, hallo. Mein Name ist Lena Krause. Ich bin aus Braunschweig. Danke erst mal für die Diskussion und die Möglichkeit. Und ich wurde schon ganz hibbelig auf meinem Stuhl. Kurz zum Kontext, woher ich komme und warum ich so hibbelig werde. Ich bin vor allem in der freien Szene aktiv. Und zwar, wenn man es so nennen möchte, in der Kulturlobby. Auch wenn wir das böse Wort jetzt mal benutzen möchten. Ich setze mich explizit für die freien Ensembles und Orchester ein und die Arbeitsbedingungen. Und das ist ein Punkt, den ich hier auch... Ja, ich muss es leider kritisieren. Weil wir haben jetzt, glaube ich, von der Zeit, die diskutiert wurde, wurde 45 Minuten oder vielleicht sogar noch länger darüber diskutiert, welchen Wert Kultur haben kann für jeden Einzelnen. Und was das bedeuten kann. Also so diese schwer greifbare Ebene. Diese Diskussion ist wichtig. Unglaublich wichtig. Aber gerade in einem Kontext wie hier, im politischen Kontext, bin ich unbedingt dafür, dass wir auch mal ganz klar tacheles reden. Öffentlicher Raum, Diversität, Zugang für alle Menschen, Zukunft und Kultur kann und darf nur möglich sein, wenn es nicht auf dem Rücken der Kunst- und Kulturschaffenden ausgetragen wird. Und damit meine ich den Normalarbeitsvertrag, den NV-Bühne, wo sozusagen das Mindesteinkommen wirklich eine Unverschämtheit ist und man nicht weiß, wie davon ein Künstler, ein Schauspieler leben soll. Es geht weiter bis zu den Orchestern und ihren Tarifverträgen, wo man fast schon zu weit übers Ziel hinaus geschossen ist, weil die Musikerinnen teilweise frustriert sind, weil sie aufgrund zu krasser Tarifstrukturen nicht mehr wirklich frei arbeiten können. Und das endet eben bei den freien Gruppierungen, weil, wenn wir über öffentliche Räume sprechen, wie soll ein freies Ensemble oder eine freie Theatergruppe den klassischen öffentlichen Raum schaffen, wenn nicht das klassische Gebäude dafür da ist, wenn wir keine freien Produktionshäuser haben. Und da müssen wir ganz ehrlich offen und auch fordernd an die Politik herangehen. Wir müssen auch mit deren Begrifflichkeiten lernen, zu arbeiten, dass wir nicht vom freien Künstler romantisiert, ach der und sein Kunstschaffen sprechen, sondern ganz klar sagen, wir haben abhängige Beschäftigte, wir haben selbstständige Beschäftigte. Damit gehen politische Rahmenbedingungen einher und die müssen wir ändern. Darüber müssen wir diskutieren. Und ich hoffe mir für kommende Diskussionen, dass darauf mehr ein Fokus liegt, damit wir weiterkommen. Dankeschön. Wichtiger Aspekt, da war noch eine Wortmeldung in der Reihe, die müsste sich jetzt nochmal... Ja, nicht in der Reihe, auf der Seite meine ich. Ja, vielen Dank für den Aspekt. Ich finde das auch ein sehr wichtiges Thema. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist, wir reden hier, wenn ich das so sagen darf, die ganze Zeit aus dem Elfenbeinturm heraus. Wir sind in Berlin, der kulturellen Hauptstadt Deutschlands. Hier fließen extrem viele Gelder hin. Ich bin selber Kölnerin. Entschuldigung, ich habe mich nicht vorgestellt. Ich bin Mirina Andrak aus Köln, wohne jetzt in Brandenburg, bin da auch in einem freien Kunst- und Kulturprojekt tätig. Und mir stellt sich die Frage, was ist mit dem strukturschwacheren Raum? Was ist mit dem Osten? Was ist mit ländlichen Regionen? Das ist auch ein öffentlicher Raum. Und da sprechen wir gar nicht drüber. Wir haben über Frankfurt und Berlin gesprochen und Köln. Aber was ist mit den ländlicheren Regionen? Und auch zu dem Thema, eben wurde ganz kurz in der Diskussion Bildung von Kultur getrennt oder sogar gegeneinander ausgespielt, was totaler Quatsch ist. Es ist, Gott sei Dank, hat es wieder zueinander gefunden. Aber ist es nicht gerade das, was wir brauchen, ein spartenübergreifenderes Arbeiten, mehr Bildung? Ich habe das irgendwie so ein bisschen rausgehört, dass das gar nicht zum Thema gemacht wird. Okay, also zwei wichtige Punkte, auf die jetzt reagiert wird, Frau Röggler. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe das schon ein bisschen versucht, über die Programme zu erzählen. Vielleicht erzähle ich aber noch was anderes. Es wurde ja vor einem Jahr ungefähr, wurde die Erklärung der vielen herausgegeben, das ist ein Netzwerk von kulturellen Institutionen, aller möglichen Größe und Vereinen, also die, die sich versuchen zusammenzuschließen, Netzwerk zu bilden gegen rechts, gegen Angriffe von rechts. Und das ist genau der Gedanke gewesen, dass man zusammen, also dass man sozusagen ein Netzwerk bildet und versucht, sich gegenseitig zu unterstützen, wo es geht. Aber föderal durchgesetzt, das heißt also, dass man nicht irgendwie von der Hauptstadt aus denkt und dann in die Provinz geht, sondern mit unterschiedlichen Erklärungen an unterschiedlichen Orten und Verbindungen dazu. Ich fand das eigentlich einen ganz schönen Vorstoß. Wir haben auch eine ziemlich heftige Diskussion da drin und sehr unterschiedliche Haltungen dazu. Die Situation ist ja auch sehr verschieden, je nachdem, welche Besetzung politisch da vor Ort ist, welche Probleme. Was anderes, ob ich in Frankfurt-Oder sitze oder ob ich jetzt irgendwie in Düsseldorf sitze, das ist einfach ein Unterschied. Und ja, es geht darum, das zu stärken, auch gerade in den strukturschwachen, an strukturschwache Orte zu gehen, an dort was, auch denen Freiräume zu ermöglichen, Unterstützung zu liefern. Das ist auch selbst das Engagement dort vor Ort selber natürlich. Also jetzt nicht so übergriffig. Aber das ist ja jetzt nicht ein politisches Instrument, das irgendwie da ist. Wenn ich auch versuchen darf, eine andere... Also das ist einfach ein Netzwerk, wird Zeit, dass die Institutionen und Theater miteinander sich solidarisieren. Also ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, die letzten beiden Inputs. Tatsächlich sind wir nicht darauf zu sprechen gekommen. Genauso wie man nicht zwischen Kultur und Bildung eine Konkurrenz aufmachen sollte, sollte man nicht zwischen Institution und freier Kunst. Es ist aber sehr wichtig, weil das manchmal genau unter uns Kunstkollegen geschieht. Also ich komme ja auch aus der freien Szene und ich weiß, wie ich immer sauer war auf diese Institutionen, die die Räume haben, das Geld haben, aber nicht die richtigen Sachen machen. Und das ist total... Ich würde aber trotzdem immer vor der Konkurrenz warnen, weil wir erleben genau in den Ländern, in denen mittlerweile andere Herausforderungen politisch bestehen, dass es die Institutionen sind, die erst mal Bestand haben, weil sie nicht so einfach wegstreichbar sind und dort auf einmal demokratische Burgen entstehen, in denen sich die Öffentlichkeit trifft. Und das trifft durchaus ja gerade auf strukturschwache Regionen zu. Und ich glaube, das ist wirklich das wichtigste Thema. Wir haben im Moment die Situation, dass weder Herr Rehse noch Frau Langhoff, selbst wenn sie von AfD und Co. angegriffen werden, ich bekomme jeden Tag Morddrohungen und so weiter, haben wir hier in Berlin kein Problem wirklich damit, weil wir haben sozusagen genau die Allianzen, die Solidaritäten und Sie als Publikum, das hinter uns steht. Das Problem haben Kollegen in Freiberg, in Cottbus, an Orten, wo eben nicht mehr die gesamte Stadtgesellschaft dahinter steht, wo nicht die Politik dahinter steht oder zumindest große Teile der Politik dahinter stehen. Und deswegen ist das wahnsinnig wichtig. Also was können wir leisten? Was kann die Politik leisten? Das können nicht nur solidarische Verbünde leisten, aber die sind auch wichtig, um die Kollegen zu stärken, Solidarität zu üben. Auch das Beispiel, das ich gerade aus Dresden genannt habe, warum gibt es nicht etwas, das was ruhrtriennale Ruhrgebiet, also strukturschwache Regionen mit großartigen kulturellen Events. Das Weimarer Fest muss seit Jahrzehnten kämpfen, obwohl es ein traditionelles ist, also selbst die klassischen Dinge. Und warum gibt es nicht sehr viel mehr Investitionen genau in diesen strukturschwachen Regionen? Sie haben total recht mit beiden Ihren Inputs, dass das die wichtigen Punkte sind und dass es genauso wie in der gesamten Gesellschaft eben nicht um das ist richtig, das ist falsch. Wir brauchen beides und wie können wir heute, wo das Stadtbad gegebenenfalls, wir brauchen das Stadtbad und das Theater, weil auch diese Konkurrenz wird mittlerweile aufgemacht. In Bonn gab es schon vor sechs Jahren eine Unterschriftenkampagne. Also wie schaffen wir Gemeinsinn dafür, dass wir ja uns ertüchtigen müssen und ins Schwimmbad gehen und auch unseren Herzmuskel, unseren Hirnmuskel und anderes uns wohlfühlend und diskutierend, diskutierend, aufstehend und dorsamer machend, wir beide irgendwie uns gegenseitig beflügeln müssen, engagierter weiterzumachen an den Problemfeldern. Und da haben Sie total recht. Alles, was wir vorher gesprochen haben, wissen Sie eigentlich auch. Noch eine Reaktion von Herrn Rehse und dann geht es weiter mit den zwei Äußerungen hier in der Mitte. Vielleicht war ich eben auch missverständlich. Ich will natürlich nicht, ich will nicht Kultur und Bildung gegeneinander ausspielen, sondern ich erlebe, dass wir als Kultureinrichtung oft dagegen ausgespielt werden. Und ich erlebe, also ich denke, dass wir eigentlich ein wahnsinnig wichtiger Baustein für Bildung sind. Und es stimmt schon, dass die Arbeitsbedingungen in der Provinz gegenüber den Arbeitsbedingungen in der Hauptstadt, du bist das Ärmste der fünf Theater, ich bin das zweitärmste dieser fünf Theater, aber uns geht es im Verhältnis natürlich, neulich habe ich in Plauen mit dem Kollegen gesprochen, mir eine Forschung angeguckt, gehört, wie arbeiten die Schauspieler da, was sind da die Belastungen, das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Und deswegen wäre es, glaube ich, demnächst auch wichtig, wann immer ihr wieder ein Podium, genau, wann immer ihr wieder so ein Podium macht, glaube ich, müssen unbedingt nicht nur Hauptstadtkulturvertreter hier oben sitzen. Absolut richtig. Ja, Mikrofon ist direkt bei Ihnen. Dankeschön. Angelika Wernig, neugierig in Berlin, mehr sage ich jetzt nicht dazu. Ich möchte einfach auf zwei Punkte aufmerksam machen, die haben Sie bestimmt im Kopf, aber trotzdem fallen Sie für mein Gefühl immer zu sehr runter, die strukturellen Rahmenbedingungen. Mir ging das gerade, Frau Langer, verzeihen Sie, mir ging das ein kleines bisschen zu schnell, auch wenn Sie aus der freien Szene kommen, gibt es trotzdem, wenn jetzt im Podium jemand säße, einer der Vertreter der verschiedenen Organisationen, die in den letzten Jahren entstanden sind, der freien Szene, gäbe es bestimmt jemanden, und der sagt, es macht dennoch einen Unterschied, ob fünf bis sieben Prozent des Berliner Kulturetats für die freie Szene, wo um die 40.000 tätig sind, gegeben werden, oder die restlichen 95 Prozent des Kulturetats für die 2.000 bis 3.000 an staatlichen Bühnen. Jetzt nur als ein Beispiel, also da gibt es einfach einen krassen Gegensatz. Ich will da aber jetzt gar nicht länger drauf rumreiten, sondern die strukturellen Rahmenbedingungen zu verbessern, hieße, dass man, dass alle dafür eintreten, die irgendwas mit Kultur zu tun haben, dass die Mieten, die Gewerbemieten bezahlbar wären, dass es mehr Räume gibt für die freie Szene, die werden ja jetzt rausgekrault überall durch wahnsinnig steigende Gewerbemieten, also da muss einfach ein viel stärkerer Protest kommen, und dann, weil im Titel ja auch stand, von wem für wen, also wenn man sich ein bisschen mit den Harzgesetzen befasst hat und dem Bestandteil, dem Anteil im Regelsatz von erwerbslosen Kindern, Jugendlichen für Kultur, dann ist das wirklich ein Witz. Also die Einkommenssituation von sehr vielen Menschen müssen dahingehend verbessert werden, dass sie sich Kultur auch leisten können. Also das ist dies nur als zwei Stichworte. Danke. Danke schön, da gegenüber. Mein Name ist Delfine Scheele, ich komme aus dem Kreisverstand in Berlin-Charlottenburg, Grüne, und ich finde es ganz schade, dass also nicht berücksichtigt wird, dass die Grünen sich massiv in Berlin auch immer wieder für die freie Szene eingesetzt haben, aber dass es tatsächlich davon abhängt, wie die Bürgergesellschaft und vor allen Dingen auch die kulturpolitisch ausgebildeten Kräfte sich engagieren in den Parteien. Das heißt, wir haben eklatant auch das Problem, dass wir in den kleinen BVVs Leute brauchen, die Bewusstseinsarbeit leisten, weil es ist einfach so, dass Kultur nicht das Erste ist, was sozusagen als Relevanz für unseren gemeinen Sinn gesehen wird. Also gerade jetzt, wo wir den Klimanotstand in Berlin auch in den BVVs ausrufen und da viel Administration gebunden wird und auch Gelder gebunden werden, ist, glaube ich, das Bewusstsein dafür, dass Kultur auch eine Form von geistigem Lebensmittel ist, unterbelichtet. Insofern appelliere ich nur an die Leute, die hier kulturpolitisch unterwegs sein könnten, es wirklich auch in den Parteien zu machen, weil wir brauchen jetzt wirklich ganz viele Leute, die, und das finde ich für mich heute am interessantesten, eine neue Vergabestruktur in Anbetracht der Ideologisierung vollziehen. Also wir brauchen tatsächlich eine andere Struktur, die wir aber politisch durchsetzen und erdenken müssen. Danke. Gut, also Sie sehen, dass Ihre Botschaften quasi schon angekommen sind. Zum Thema grüne Kulturpolitik noch eine Äußerung da von dem Blog. Und dann würde ich noch mal zu einer Reaktion zurückgeben. Wir sind dann auch leider, leider schon am Ende unserer Zeit. Es gibt noch wahnsinnig viel zu diskutieren. Ja, das hat vielleicht mal Applaus vom Podium. Rainer Bode, BAG Kultur, aber auch aus der freien Szene. Ein Hinweis, dass mehr Kulturleute in den Parteien oder in den Strukturen ist immer schon ein großer Appell gewesen, aber das ist auch noch ein Knochenjob. Deswegen dieser Bashing von Teilen der Politik sehe ich so nicht. Also wenn, müsste er sozusagen ein bisschen mehr kommunizieren, auch mit Politik, wie schwierig das ist, sozusagen Kulturpolitik in den ganzen Haushalten durchzusetzen. Die Frage, ob freie Szene und die ganze Kulturszene zusammenkommt, klar ist idealisiert. Ich komme aus der freien Szene. Wir haben uns da immer angerannt. Deswegen gab es die Konkurrenz. Die darf man auch nicht wegwischen. Aber ich erwarte aber auch von den großen Institutionen mehr zugehen auf alle Beteiligten. Die vielen bezieht sich nur auf einen konkreten Punkt, aber nicht auf die Frage von Finanzierung, von Rahmenbedingungen. Da erwarte ich sozusagen von großen Häusern, von allen Institutionen vor Ort, es gibt die Versuche, aber es gibt viel zu wenig Versuche. Da müsste der Staat Moderation machen. Schermel, wir haben ja schon mal darüber diskutiert, die Frage, die Politik. Wir haben unterschiedliche Verhältnisse. Die einen wollen das nicht so. Die einen wollen kein Einwanderungsgesetz. Also sie entscheidet sich irgendwann an der Machtfrage. Man kann das nicht immer bügeln. Die einen wollen das nicht und die anderen wollen das nicht. Da muss sozusagen noch ein bisschen mehr Druck ausgeführt werden. Und ein paar Leute gehen da anders mit um. Letzter Punkt noch mal. Juries oder Frau Rockler, Sie haben sich ein bisschen widersprochen. Auf der einen Seite haben Sie gesagt, diese Juriesierung, also Vergabe von öffentlichen Förderungen. Ich bin Befürworter von solchen Geschichten, von Juries, von externen Leuten aus allen Bereichen. Die Politik gibt das Geld zur Verfügung und Juries entscheiden darüber, wohin die Reise geht. Bei Ihnen klang das so, das wäre sozusagen eine Privatisierung von Fördergeschichten, Förderentscheidungen. Da geht dieser Prozess auch auf Bundesebene schon viel stärker hin, Juries zu installieren. Und das ist auch eine größere Demokratisierung von Teilhabe, von Entscheidungen darüber, wo die Finanzierung hinkommt. Von Ihnen habe ich das falsch verstanden. Also die Idee war sozusagen, dass es demokratischer wird, wenn man Juriesysteme einsetzt. In der Praxis ist es tatsächlich nicht so. Deswegen wurde es so vor 15 Jahren ungefähr oder 10 Jahren, wurde diese Form der Förderung so umgestellt. Und das geht eben mittlerweile einfach nach hinten los. Ist das das System oder die Frage, wer sitzt da drin? Das war reiner Frage. Ja, es ist im Grunde, das ist eben ein bisschen kompliziert. Also das eine ist halt, dass es gleichzeitig unter der Maßgabe, dass man die Förderung immer stärker in diesen Drittmittelbereich rein gibt, auch von großen Institutionen, die dadurch dann zu Konkurrenten, zu kleineren Trägern werden. Was natürlich absurd ist, weil die eine ganz andere Möglichkeiten haben. Zum anderen, dass eben, das hat Frau Schärmel-Langhoff hat das ja ganz gut auch nochmal gebracht, werden diese Podien, also diese Juries dann auch von Beiräten besetzt, beziehungsweise sind das einfach nicht unbedingt die unabhängigen Juries, die man überall finden kann. Zum Dritten gibt es einfach nicht, ich bin selber, ich werde sehr oft angefragt für Juries. Ehrlich gesagt, es ist schwierig. Also ich kann nicht dauernd in dem Jury sitzen, es ist auch so eine ehrenamtliche Arbeit oder ganz, ganz, ganz schwach entlohnt. Es gibt dann halt immer Gleichen, die dann entscheiden und es hat den Anschein von Demokratisierung. Es ist aber nicht wirklich so. Und das ist das Problem. Und das sehen wir dann immer wieder. Ja, gut. Ich glaube, das ist dann tatsächlich ein größeres Problem und nicht nur in der Kultur, über das wir uns, also wie demokratisch sind wir und wie schaffen wir unsere Instrumente zu nutzen. Ich würde versuchen, auf die zwei Inputs hier aber was zu entgegnen. Rainer, absolut. Also genau aus der freien Szene kommt, weiß ich eben genau auch, was es heißt, dass es diese Konkurrenz ist. Und ich weiß auch, dass es sozusagen, das ist ja kein neues Erleben. Also wir müssen auch, wenn wir Vergangenheit anschauen, und Fassbinder hat kein Stadttheater bekommen am Ende, so muss das Tatva möglich. Also es ist nicht so, dass die Zugänge und das alles gleich ist. Ich finde nur wahnsinnig wichtig, dass wir schauen, wo kann man anstatt Konkurrenz sozusagen von Politik, von Staat für die gesamte Kultur mehr Geld verlangen, mehr Ressourcen und mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, Ihr Punkt ist eben wahnsinnig wichtig. Das ist ja unser Erleben. Auf der einen Seite haben wir sozusagen eine Verfassung, eine der wenigen, in der Kunstfreiheit garantiert ist. Die meint übrigens Förderung. Also die Freiheit der Kunst, die kommt nicht irgendwie sozusagen, indem wir sagen, die Kunst ist frei, lasst uns irgendwie zusammen tanzen, sondern Freiheit im Sinne des Gesetzes bedeutet, wir fördern genau diese. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, der findet sich aber auf einmal in unseren Kommunen, also dort, wo die Strukturschwachen sozusagen, wo die Regionen sind, nicht wieder. Da heißt es, Kultur ist eine freiwillige Aufgabe. Das steht da, das ist Gesetz. Und was passiert, wenn Sie einen Haushalt in einer Region, in der es insgesamt wenig gibt, viel Herausforderung gibt, aufteilen müssen? Und wenn Kultur die einzige freiwillige Aufgabe ist, dann fällt die ab. Wir müssen Gesetze, das meinte ich am Anfang, wenn ich sagte, seit 15 Jahren fügen wir als postmigrantisches Theater neue Geschichten dem Kanon zu. Das funktioniert auf der Ebene von Diskurs gut, aber Gesetze haben sich nicht geändert. Das heißt, wir brauchen doch, in Deutschland müsste doch ganz klar, diese Kultur wäre eine freiwillige Aufgabe der Kommunen, das muss doch abgeschafft werden, das muss doch eine Verpflichtung der Kommunen sein, Kultur in ihren Haushalten zu berücksichtigen. kulturelle Bildung und kulturelle Räume zu finanzieren. Da fängt das doch an, da können wir so lange diskutieren, am Ende wird das gestrichen, wenn das Geld nicht da ist, weil man muss doch irgendwie, weiß ich nicht, die Straße X oder Y bauen. Also da muss sich was ändern, auch gesetzlich wirklich, in den Rahmenbedingungen, die Sie so schön sagten. Prima. Herr Mohr und Herr Rehse, Abschlusswort bitte. Kannst du vielleicht auch noch mal Reaktionen auf die Voten? Ich brauche keins. Ich brauche keins. Das war wunderbar. Danke, dass Sie hier waren. Kein Abschlussausbruch. Danke. Ganz kurz, nicht, dass Sie denken, ich wollte die Kulturpolitiker bashen, das sind ja die Guten. Aber ich will noch einmal sagen, mir kommt die Kultur in der Politik zu kurz und nicht in der Kulturpolitik. Und wir wollen sicher alle nicht, dass sich die Politiker in unser sogenanntes operatives Geschäft einmischen. Aber zum Beispiel, als ich das Berliner Ensemble übernahm, musste ich feststellen, dass es 18 Jahre lang keinerlei Theaterpädagogik, Vermittlungsabteilung gegeben hat, keinerlei Barrierefreiheit bei der zweiten Spielstätte. Und das hat Politik 18 Jahre lang nicht interessiert. Aber Herr Peimann war ja sehr berühmt. Gut. Herr Peimann soll jetzt nicht unser Schlusswort sein. Ich würde sagen, wir nehmen einiges mit. Diese Kultur-Bildungsfrage für uns ist interessant. Woran arbeiten wir weiter? Was machen wir bei der nächsten Konferenz? Dazu gab es sehr viele Anregungen. Der strukturschwache Raum. Wie garantieren wir dort überhaupt, dass kultureller Raum noch vorhanden ist und erhalten bleibt? Die Frage, brauchen wir eine rechtlich festere Verankerung dessen, was in Artikel 5 in der Verfassung schon steht und umgesetzt werden muss? Und wie ist eigentlich das Verhältnis von Kultur und Bildung eines der Schwerpunktthemen, die die Böll bearbeitet? Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die hoch engagierte Diskussion. Ich glaube, es hat auch dem Publikum großen Spaß gemacht. Haben Sie sich wohl gefühlt? So, ja, vielleicht hat jede und jeder von Ihnen auch schon so ein kleines inneres Resümee gezogen. Nochmal gesagt, ich habe es eben schon auf dem Podium gesagt, uns geht es darum, auch herauszufinden, wo arbeiten wir weiter am Thema der öffentlichen Räume, die wir jetzt versucht haben durchzubuchstabieren. Johannes und Konstanze, ihr habt alle Podien live miterlebt und durchlitten und könnt insofern ein bisschen ein Resümee, einen Rückblick geben. Ich würde uns die Runde gönnen, noch einmal die großen Podium abzuschreiten, gedanklich und dann zu gucken, was ergibt sich eigentlich daraus für die Weiterarbeit. Johannes, möchtest du mit dem Abgehängten, mit dem Zweiten, dann Konstanze zum ersten Podium, Abgehängt, eine gesellschaftliche Erzählung von den Zentren und den Rändern? Ja, also ich muss sagen, ich fand dieses erste Podium extrem wichtig und interessant. Da ging es ja im Kern schon um den Begriff Abgehängt. Die Autorin Sabine Rennefanz, die aus Eisenhüttenstadt in Brandenburg kommt, hat sich sofort gegen diesen Begriff gewehrt, weil sie findet, dass das eine große Arroganz und Gönnerhaftigkeit auch beinhaltet. Und dann hat sich im Kern zwischen ihr und Robert Habeck ein, finde ich, sehr interessantes Gespräch entwickelt zwischen Ost und West. Und wenn man das jetzt auf die Frage öffentlicher Raum überträgt, da ging es eigentlich um die Frage, wem gehört das Land? Und die beiden haben irgendwie versucht, zusammenzufinden und ich finde, das ist ihnen in Wahrheit nicht gelungen. Sabine Rennefanz hat irgendwann diesen Begriff benutzt. Ich gehöre zu einer verlorenen Generation und meint, glaube ich, Altersgenossen, die jetzt noch in den neuen Bundesländern geblieben sind, die nicht wie sie nach Berlin gegangen sind, also in der Lebenswelt im Ost sozusagen geblieben sind und erlebt da viel Resignation. Sie hat irgendwie auch darüber gesprochen, dass es da so eine Decke von Enttäuschung gibt, durch die man nicht mehr durchdringt. Und Robert Habeck hat immer versucht, gegenzuhalten und zu sagen, ja, aber man muss doch auch positive Projekte auf den Weg bringen. Und in Schleswig-Holstein gibt es doch auch irgendwie strukturschwache Regionen. Da haben sie dann irgendwie aus einem kleinen Edeka so eine Art E-Mobil-Tankstelle gemacht und irgendwie Spaß und Freude und Optimismus gefunden. Und ich glaube, diese Forderung, den öffentlichen Raum mit Freude und Optimismus zu füllen, ich weiß nicht, wie Sabine Rennerfanz das fand, sie ist heute nicht mehr da, aber das ist, glaube ich, viel verlangt in solchen Regionen. Und ich glaube, es hat sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun, was in so strukturellaschen, schwachen ländlichen Regionen oft eben genau nicht da ist. Und ich finde, an dieser Diskussion hat man gemerkt, dass da überhaupt noch nicht auf Augenhöhe diskutiert wird, dass man einander eigentlich noch nicht kennt, und ich schließe es mal ab, ich glaube, dass es ein ganz zentrales, immer noch schwerendes Problem in Deutschland ist, was eigentlich angegangen werden muss. Das Ost-West oder das Thema strukturschwacher Raum und urbaner Raum? Also ich meinte jetzt eigentlich stärker wirklich dieses Ost-West-Problem. Natürlich gibt es solche Probleme auch in Bayern, in ländlichen Räumen zwischen München und Land oder in anderen Bundesländern. Aber ich glaube, dieses einander nicht verstehen, nicht die gleiche Sprache zu sprechen, auch dadurch, davon leitet sich ja auch so eine Ablehnung von politischen Eliten ab. Die verstehen uns nicht. Die finden, wir reden irgendwelches abgehobenes Zeug. Wenn die unsere Debatte hier zwei Tage erlebt hätten, hätten sich nach einer Viertelstunde wahrscheinlich abgewandt, viele Leute, die in ländlichen, gar nicht nur im Osten leben. Und ich glaube, immer wieder deutlich geworden ist, dass wir auch alle wollen irgendwie raus aus dieser Blase. Wir Journalisten wollen raus aus der Blase. Die Politiker wollen raus. Die Künstler wollen auf keinesfalls verdächtigt werden, dass wir irgendwie elitäre Kultur und Kunst machen. Aber ich glaube, es gelingt uns allen noch nicht. Das habe ich mitgenommen. Okay. Johannes, beim zweiten Podium gab es ja auch durchaus andere Meinungen zum Ost-West-Thema. Andere Gesprächspartner, andere Meinungen. Ich fand es ganz interessant. Wir hatten ja sowohl jemanden aus der, sozusagen eher wirtschaftsnah, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung aus Berlin. Wir hatten jemanden aus der, also mit Toni Hofreiter, jemanden aus der Fraktion. Dann mit Ramona Popp hier sozusagen aus dem Land eine starke Stimme. Und mit Frau Cordula Eubel, einer Journalistin von Tagesspiegel. Die finde ich ganz schön durch das schwierige Thema, in welchem Zustand es das Land geführt hat. Wir haben viel darüber gesprochen, sozusagen, wie sich soziale Teilhabe und Infrastruktur bedingen und voneinander abhängen. Mir sind in dieser ganzen Debatte zwei Punkte aufgefallen. Der erste Punkt ist, wir sprechen dann sehr schnell von unserer sozialen Infrastruktur. Ich selber hatte das Glück von dem Stipendium im Rahmen meines Studiums, wo ich auch noch gerade drinnen bin, und konnte es mir leisten, mit der Bahn zu fahren. Für viele meiner Kommilitonen, und auch die ja schon zu der privilegierten Situation, dass sie mal wahrscheinlich Akademiker sind, gehören, kommt das gar nicht in Frage. Die fahren natürlich mit dem Bus, weil das viel billiger ist. Also wir müssen uns, glaube ich, wenn wir die Frage nach der sozialen Infrastruktur vor dem Hintergrund von sozialer Teilhabe diskutieren, müssen wir uns, glaube ich, darauf ein bisschen anders denken und nicht nur an unseren alten Assoziationen denken. Assoziationen ist auch der zweite Punkt, auf den ich eingehen wollte. Ich glaube, dass wir Orte für Begegnung brauchen, und dass wir da rein investieren müssen. Wir haben hier ganz unterschiedliche Wortmeldungen aus dem Publikum gehabt, und es waren meistens persönliche Erfahrungen, persönliche Assoziationen, die, also es war meine Empfehlung jedenfalls, geteilt werden mussten, irgendwie erzählt werden mussten, miteinander geteilt werden mussten. Und es schien ein bisschen so, als dass das dann von dem großen Thema, was ist öffentlicher Raum, wie können wir öffentlichen Raum fördern, überdeckt wurde. Deswegen würde ich sagen, das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass wir öffentlichen Raum brauchen, dass wir Begegnungen brauchen, dass wir uns die Geschichten, die wir alle ineinander tragen, erzählen können. Gut, danke für den Punkt. Ich möchte noch mal ergänzen und darauf hinweisen, dass es in dieser Debatte ja auch um wirklich knallharte Fragen von Infrastruktur ging. Also gerade die strukturschwache Raumfrage hat viel, viel mit Mobilität zu tun. Das ist ein Thema, mit dem wir uns als Böll massiv beschäftigen. Wir werden am 2. Juli ein Böll-Thema, ein Heft dazu veröffentlichen. Wir werden eine Atlas-Mobilität im Herbst haben und wir werden eine Konferenz am 6. November zum Thema Mobilität auch genau unter diesem Aspekt machen. Da geht es natürlich auch um Klimaschutz, aber es geht auch um die Frage des öffentlichen Raumes, den Verkehrsnetze und Verkehrsmittel natürlich auch mit darstellen. Das ist ein Punkt. Wir hatten dann heute Morgen quasi so ein bisschen ein philosophischeres Gespräch jenseits von, oder nicht ganz jenseits, aber ein bisschen von Politik und Wirtschaft zu überlegen, was ist eigentlich eine Definition von öffentlichem Raum? Was ist öffentlich? Was ist privat? Ist es nicht auch eine Errungenschaft unserer Zeit, dass wir privaten Raum haben, dass wir nicht gezwungen sind, permanent im öffentlichen Raum zu sein, berührt zu werden, ohne dass wir es entscheiden können, ob wir es wollten oder nicht. Das war ein Punkt, der eine Rolle spielte. Und ein anderer Punkt, der sehr positiv angesprochen wurde, war der Punkt von Streit als Aneignungsstrategie für den öffentlichen Raum. Ich fand, dass wir das vielleicht ein bisschen zu harmlos diskutiert haben, weil Streit im öffentlichen Raum bedeutet für manche Leute, gerade in strukturschwachen Regionen, auch Gewalt im öffentlichen Raum, Auseinandersetzung, die dann eben nicht mehr geführt wird, sondern gewalttätig ausgetragen wird. Also da, glaube ich, müssen wir auch als Stiftung noch mal ein bisschen nachschärfen. Und wir hatten die Frage auch wieder durch die von Johannes beschriebenen Voten von Ihnen, die Frage, wie viel Zumutung bedeutet eigentlich öffentlicher Raum? Ja, also von allen Sinnen her betrachtet, Geruch, Lärm, Gehör, so sehen, gesehen werden, bis hin einfach zur puren Anwesenheit. Welchen Zumutungen liefern wir uns aus, wenn wir einerseits sagen, ja, wir wollen, wir sind dafür, öffentlichen Raum zu stärken, dann müssen wir gleichzeitig bereit sein, uns selber auch den Zumutungen des öffentlichen Raums auszusetzen. Das vielleicht so als Brücke zum Kulturpodium. Da müsst ihr jetzt vielleicht noch mal sagen, was ihr da, was ihr mitgenommen habt. Mein Punkt war tatsächlich der, noch mal die Strukturen, die angesprochen worden sind, wie unabhängig kann Kultur wirklich sein und wo kommen Kultur und Bildung zusammen und müssen zusammen gefördert werden. Das ist so ein Punkt, den ich für mich mitnehme, aber ihr habt sicher auch noch welche. Ich würde eigentlich gerne noch was zu dem Podium sagen, zu dem Dritten, von dem du jetzt gerade gesprochen hast und dir die Kultur überlassen. Mir die Kultur überlassen. Ich studiere in Sachsen-Anhalt, in der wunderbaren Stadt Halle, an der Saale, wo es ein wunderbares Theater gibt. Das Theater lebt von den Schülern, die da hingehen, weil das Theater, wenn in der Schule Brecht gelesen wird, Brecht spielt, sozusagen eine andere Interpretation. Also ich glaube, was ich damit sagen will, ist die Debatte ist eine Hauptstadtdebatte, eine absolute Hauptstadtdebatte. Es gibt sozusagen so viele Theater im ländlichen Raum, die ganz eng mit den lokalen Bildungsakteuren zusammenarbeiten, weil sie aufeinander angewiesen sind, jeweils. Also der Kunstlehrer ist darauf angewiesen, dass es irgendeinen Kunstakteur gibt, wo er seinen Schülern zeigen kann, so funktioniert Kunst. Das kann man sozusagen aus diesem Buch machen. Und das Theater nimmt natürlich die Gelder, die die Schüler in das Theater bringen, auch gerne mit rein. Also ich habe die Debatte ehrlich gesagt jetzt aus der Landperspektive nicht verstanden. Ja, aber die Landperspektive, es ist ja Sachsen-Anhalt bekanntermaßen eine sehr dichte Kulturlandschaft, also wir wollen jetzt nicht anfangen, über Sachsen-Anhalt zu diskutieren, mit vielen Kürzungen. Deswegen war ja die Idee da, den Rotschiff mal anzusetzen. Und ich glaube, Halle ist wirklich ein Ausnahmebeispiel. Also das muss man wirklich sagen. Ich glaube, dass das in anderen kleinen... Aber ich glaube, die Vernetzung von Bildung und Kultureinrichtung ist keine Ausnahme. Und es ist eine Strategie. Ein Hinweis auf jeden Fall auf eine Strategie. Ja, ich wollte noch mal zu Stefan Lessenich sagen. Das fand ich ein echtes Highlight in diesen zwei Tagen. Er hat nämlich daran erinnert, dass wir sprechen ja hier in einem Kontext einer eigentlich grünen Bewegung, weil das ist ja diese Stiftung. Die Grünen haben sich im öffentlichen Raum früher einfach genommen. Die haben demonstriert, die haben die Straßen gefüllt mit Menschen, die haben Häuser besetzt, die haben in Wendland irgendwelche Hüttendörfer gebaut. Die haben nicht gefragt, ob das in Ordnung ist. Die haben da ihre Regeln zum Teil auch selber gemacht. Da gab es natürlich viel Ärger, aber auch viel eigene Kreativität, aus der ja dann auf lange Sicht auch vieles entstanden ist, was heute zum Establishment gehört. Und ich glaube, diese Haltung, unbequem zu sein, die Gestaltung des öffentlichen Raums nicht nur zu verstehen aus so einer Perspektive, wie sie die Grünen heute haben. Nämlich wir sind jetzt in vielen Landesregierungen schon drin. Wir kommen vielleicht bald in die Bundesregierung, in eine Machtposition. Also wir gestalten öffentlichen Raum von oben sozusagen. Das ist natürlich eine wichtige Debatte. Aber auch dieses rebellische, querköpfige Element, was früher die Gestaltung von öffentlichen Raum durch den grünen Schwarm sozusagen dargestellt hat, nicht zu vergessen. Weil daraus kommt, glaube ich, das Profil dieser ganzen Strömung, ihre Kreativität und auch ihre Stärke. Und ich glaube, das wird in diesen ganzen, doch jetzt schon sehr etablierten Debatten manchmal so ein bisschen vergessen. Aber war nicht der Hinweis sowohl auf die Friday for Future als auch auf die Gelbwesten genau der Hinweis darauf, dass es durchaus auch heute Leute gibt, die sich den öffentlichen Raum jetzt in Form von Straßen entnehmen? Ja, natürlich gibt es die, aber die gehören natürlich, gehören da im weitesten Sinne dazu. Aber ich glaube, dass die offizielle grünen Politik, wie sie von Partei und Fraktion kommuniziert wird, inzwischen die Sache sozusagen aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Es ist eigentlich eher so ein Appell sozusagen dieses, ja, dieses, ich sehe das als schon ein sehr kreatives Element, nicht aus den Augen zu verlieren. Also da geht es nicht nur um Hambacher Forst und gegen irgendwas sein und demonstrieren, sondern da geht es auch darum, eigene Lebensräume zu gestalten, in Städten, auf dem Land. Das ist, glaube ich, der Kern dieser ganzen Bewegung oder des Anliegens, wenn man im öffentlichen Raum auch Neues schaffen will und nicht nur verwalten will, wer jetzt wie, wie viele Mittel zu kriegen hat. Aber es wäre trotzdem gut, wenn das Internet funktioniert und der Bus fährt, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass es ganz was Zentrales ist für die grüne Erzählung und für uns auch hier heute, dass wir verstehen, dass es nicht nur darum gehen kann, auf die Straße zu gehen und für ein Thema zu demonstrieren, sondern versuchen sozusagen eine Geschichte, eine Überzeugung zu entwickeln von dem, wie man Gesellschaft gestalten will. Meine Generation steht im Moment vor allem für Klimaschutz. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass der Erfolg der Grünen, der sich in Anführungszeichen nur in den Umfragen niederschlägt, nicht nur vom Klimaschutz getragen wird, sondern daran liegt, dass wir uns hier heute und auch die letzten Jahre Gedanken gemacht haben, was ist eine grüne Erzählung und was sind grüne Politikkonzepte, die Ökologie, Soziales und Nachhaltigkeit vereinen. Ich wollte euch eigentlich beide fragen, was habt ihr sozusagen an Empfehlungen und an Anregungen, an welcher Stelle sollte die Böll weitermachen, sollten wir mit der grünen Erzählung weitermachen? Aber ich habe das schon als einen Teil der Antwort verstanden. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich hätte auch noch zwei Themen, die mir sozusagen auf dem Herzen liegen. Ich glaube, da muss man den Grünen auch einen Vorwurf machen, Bildung. Wir waren in so vielen Landesregierungen oder wir sind in so vielen Landesregierungen und das Thema Bildungsgerechtigkeit, die Frau Dröscher ja gestern aufgegriffen hat, ist nach wie vor ein Thema, was a, wenig vorkommt im Diskurs und b, bei dem es keinerlei Verbesserungen gibt. Also ich glaube, wir müssen uns Gedanken, das funktioniert nicht von heute auf morgen, sagen, das ist allen klar, Schulsystem ist irgendwie ziemlich kompliziert, viele Leute, viele verschiedene Interessen. Aber ich glaube, dass da die Böll-Stiftung vielleicht auch was tun kann, nämlich Konzepte überlegen muss, wie man Bildungsgerechtigkeit ja schaffen kann. Und Sanse, was ist deine Empfehlung? Ja, es gab zwei Themenfelder, die ich hier auf dem Podium ein bisschen vermisst habe. Das eine ist Gendergerechtigkeit. Ich glaube, das gehört ganz entscheidend dazu, inwieweit Frauen gleichberechtigt, Zugang zu Ressourcen, Bildung, Wohlstand, Wohnraum, Renten und allem kriegen, was Männern relativ oder eher zugebilligt oder selbstverständlicher sie erreichen können. Das ist, finde ich, ein ganz zentrales Thema. Und das Zweite, die Fragen nach Angriffen auf Leute mit dunklerer Haut oder die für Ausländer gehalten werden, kamen hier bis zu Charmin Langhoff immer aus dem Publikum. Das war hier auf der Bühne eigentlich kein Thema, was von innen heraus kommuniziert wurde. Also man weiß das, man sieht das, aber man fühlt sich eigentlich nicht selbst angegriffen, weil sehr wenig Schwarze oder sonst wie Leute mit Migrationsgeschichte in der Familie offenbar hier auch mitreden und mitplanen. Charmin Langhoff, das ist ja dann sehr prominent irgendwie das Thema dann angeschnitten, aber sie gehört natürlich sozusagen jetzt nicht wirklich hier so zum Kern des Kultur- oder des Betriebes hier von Böll. Das finde ich wichtig. Und ich würde mehr junge Leute einladen. Also wir sind ja irgendwie auch schon alte Knacker, du nicht, ich schon. Ich bin sehr beeindruckt von dem Programm, was sie auf die Beine gestellt hat, aber ich bin heute glaube ich der Erste oder in den zwei Tagen, der keinen Hochschulabschluss hat und ich mache mal in den zwei Monaten. Das ist glaube ich schon auch ein Problem. Also wie können wir sozusagen grüne Erzählungen prägen mit Leuten, die nicht studiert haben? Gut. Vielen Dank euch beiden. Wir nehmen das alles in die Manöverkritik mit Ole Meinefeld, dem an der Stelle auch nochmal ein großer Dank gebührt, hinein. Danke Ole für diese Tagung. Danke an das Technik-Team und alle Menschen, die uns so freundlich zu essen, zu trinken und alles andere zur Verfügung gestellt haben, dafür gearbeitet haben, auch ihre Zeit hier investiert haben. Danke an euch. Und natürlich ganz herzlichen Dank an Sie alle für das Engagierte mitdiskutieren. Bleiben Sie der Böll gewogen, kommen Sie wieder. Wir bleiben am Thema öffentliche Räume dran und zwar wirklich mit Butter bei die Fische im Mobilitätsbereich, im Bildungsbereich, im Kultur- und im Stadt-Land-Bereich. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.